We ain't found shit! Die wundersame Rap-Woche mit Paulien Steiger. Es gibt welche, die schauen das an. Herzlich willkommen zur wundersamen Rap-Woche. Heute Studiogäste Helene und Jossi. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Hallo. Ich habe Bescheid bekommen, dass ihr Neuzugang bei Boom FM seid, dem Radiosender eures Vertrauens, unsere Herzen, dem Radiosender der Herzen sozusagen. Und ihr seid neu in dieser Familie. Ich soll euch ganz herzlich begrüßen. In meiner Rolle als Ältester. Als Boom-Sugar-Daddy. Sugar-Daddy. Ja, manche sagen auch das von mir. Obwohl ich nicht so viel Sugar habe. Aber das ist eine andere Sache. Über die finanzielle Situation reden wir an einer ganz anderen Stelle. Ich soll euch herzlich willkommen heißen in der Familie. Herzlich willkommen. Vielen Dank. In der Familie. Mein Kollege Maulier, mit dem ich normalerweise diese Sendung mache, der hat sich gedrückt, ich habe es im Teaser schon angekündigt, oder ich werde es im Teaser ankündigen, der ja nach der Sendung gedreht werden wird. Werde ich das ankündigen, dass er sich gedrückt hat vor dieser Sendung? Er wollte nicht mit euch sprechen, das hat er mir im Geheimen gesagt. Die offizielle Begründung ist, er hat offene Tuberkulose und sein Husten hat sich mittlerweile mit Blut angereichert. Ich würde sagen, ich habe im Geheimen gesagt, ich wäre trotzdem gekommen, aber... Du bist auch hart. Ich bin alt. Und, und, also... Die jungen Leute von heute... Die können einfach nicht mehr arbeiten. Das hat Massiv schon gesagt in seinem Germania-Film, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, große Werbekampagne der öffentlich-rechtlichen Jugendsender Funk. Ach so, ja doch, das habe ich gesehen. Für Deutschland, Deutschlands Superland, 1+. Und Massiv hat er schon gesagt, die jungen Leute von heute, keiner will mehr Besen schwingen, alle wollen nur noch Bodybuilding machen. Habe ich mich gefragt, woran liegt es? Kann ich dir nicht sagen, woran liegt es? An Massiv. Weil der macht viel Bodybuilding, wenig Besen. Ja, er hat gesagt, sein Vater hat noch auf der Parkbank geschlafen, um in der Firma seiner Wahl arbeiten zu dürfen, um seinen unbedingten Arbeitswillen unter Beweis zu stellen. Aber die jungen Leute von heute nicht mal mehr Besen und nicht mal mehr mit offener Tuberkulose hier ins Studio kommen. Hier im Studio auf der Toilette habe ich auch gesehen, dass Zahnbürsten sind. Sind das die von dir und Mauli? Ja, wir schlafen hier normalerweise. Weil ihr wisst, wie man arbeitet. Ja, selbstverständlich. Mauli hustet auch Blut hier im Nebenzimmer. Eigentlich scriptet er diese ganzen Texte, die ich jetzt gerade hier vorlese. Aber so läuft das auch. Er ist ein brillanter Gag-Schreiber. Man merkt das auch, diese Woche hat er ein großartiges... Da fehlt auch das Zugpferd einfach heute, oder? Ja, ist so. So an Gags. Ist so. Aber was ich mich da frage, werden junge Menschen Rapper, weil sie keinen Bock auf Arbeiten haben? Rap ist voll anstrengend, Mann. Ich würde nicht sagen, dass Rapper sein weniger anstrengend ist als... Obwohl vielleicht ein bisschen weniger anstrengend als... Industriekletterer, oder? Was sagst du? Nee, Rapper ist tausendmal mehr, anstrengender als Industriekletterer. Ja. Sag ich an dieser Stelle. Ich glaube nur, dass das Gefühl von Motivation da höher ist, wenn man das Gefühl hat, wenn man bekannt ist und alle Leute einem hinterherrennen und so, dann ist die Bezahlung noch mehr als nur Geld. Das möchte ich an dieser Stelle bezweifeln, dass Rapper mehr verdienen als Industriekletterer. Nein, das meine ich nicht, dass die Motivation höher ist, weil die Menschen diesen Menschen mehr Aufmerksamkeit schenken und Aufmerksamkeit ist auch eine Form von Bezahlung. Ja, das stimmt, aber ich generiere auch sehr viel, also in meiner Tätigkeit als Industriekletterer, auf die du ja jetzt gerade angespielt hast, mit diesem Sidekick. Sehr gut hast du das übrigens gemacht. Arbeitest du im Radio? Wir machen seit anderthalb Jahren gemeinsam die Radioshow Deine Homegirls, um jetzt mal dieses große Wort hier mit einzufügen. Deshalb, deshalb ist das natürlich auch so ein Feuerwerk an Wortwitz. In meiner Tätigkeit als Industriekletterer, ich muss sagen, ich habe gerade Ecke, Turmstraße, Ecke, irgendeine andere Straße im Kraftfeld Moabit gearbeitet, oben an dem Schornstein, 60 Meter hoch. Ich kann mich über Aufmerksamkeit nicht beschweren. Also die Leute, die einen entdecken, die sagen dann, boah, krass. Aber da geht es ja nicht um dich als Person, da geht es ja um dich in deiner Funktion. Okay, das ist bei Rappern auch nicht anders, aber wenn du jetzt da von dem Schornstein runterkletterst, dann würden... Oder runterfallen würde. Ja, okay. Dann hätte ich einen Arm. Sagen wir, runterklettern würdest, dann würde morgen keiner zu dir rennen und sagen, oh mein Gott, du warst doch der, der gestern auf dem Schornstein war. Außer natürlich Mauli, der dich zwei Uhr nachts anruft und dir sagt, dass du da oben vermutet wurdest. Helene, da bin ich jetzt allerdings wirklich beeindruckt. Ich habe eure Sendung noch nie gehört. Die Homegirls, euren Podcast, den ihr seit anderthalb Jahren macht, der wirklich an mir vorbeigegangen hat. Aber ich bin auch so ein wahnsinniger Ignorant. Aber du hast unsere Sendung schon gehört. Ja. Das ist immer eine Vorbereitung, oder? Das ist Qualitätsjournalismus. Zurecht. Zurecht. Worum geht es in eurer Sendung? Ich will einfach mal Jusik sprechen lassen jetzt. Fragen, die ihr euch schon immer gerne gestellt haben, hättet wollen sein. Das ist übrigens der Trick von Radiomoderatoren. Wenn sie Studiogäste haben, über die sie nichts wissen, dann sagen sie, hey, welche Frage hättet ihr eigentlich gerne mal beantwortet? Das ist auch einer meiner Lieblingsfragen, muss ich ehrlich sagen. Also auch als ich noch als Musikjournalistin gearbeitet habe, war das eine gute Frage, weil ich das echt gut finde. Ja? Ja, weil es gibt doch immer ein Thema, was dem Menschen auf dem Herzen liegt und woher soll denn der Journalist wissen, was den Menschen gerade bewegt? Was hätte Pillar zum Beispiel gesagt? Ich weiß, dass Savas über Zucker gesprochen hätte zum Beispiel. Über Zucker? Statt Aspartam? Nee, eben, dass man eben keinen Zucker essen soll. Weißt du nicht, hier, wo er von irgendeiner Frau von der Bild-Zeitung auf dem roten Teppich als Ehemann von Mandy Capristo sehr gut, sehr gut, sehr lustig wurde, was er ändern würde. Ich glaube, was er ändern würde in seinem Leben, wenn er was ändern könnte und dann hat er, man könnte ja eigentlich auf Rap-Ebene sprechen oder was auch immer, aber er hat halt gesagt, ich würde meinen Eltern sagen, dass sie mir keinen Zucker geben sollen. Und das war genau das, was ihm gerade auf dem Herzen lag und das ist eine Frage, die beantwortet werden kann, indem man sich selber die Frage stellt. Das sage ich übrigens nur deshalb auf dem Herzen, weil er eine aufwändige Zahnrenovierung vor sich hatte und sehr, sehr viel Geld dafür ausgeben musste. Ja, ganz praktische Gründe. Ja, ganz. Nein, habe ich erfunden jetzt gerade. Aber was bist du denn für ein guter Lügner? Ich gehe. Nein, ich sage manchmal einfach nur so Sachen, die kommen einfach so aus mir raus, ohne darüber nachzudenken. Aber apropos Zahnrenovierung, ich war vorgestern... Bushido hat übrigens auch eine Zahnrenovierung irgendwann mal gemacht. Seitdem lacht er auch wieder. Egal, Josi, du bist dran. Labert nur ständig rein. Ne, was ich sagen wollte ist, ich war vorgestern, krasse Story, ich war beim HNO-Arzt und habe mir die Ohren ausspülen lassen, zum ersten Mal in meinem Leben. Und seitdem hörst du wieder wie ein Baby. Ich höre... Ja, wenn Babys sehr gut hören, dann wahrscheinlich ja. Ne, ich höre wieder gut. Und das, was die Ärzte mir mitgegeben, es fiel mir nur ein, weil du über die Zähne gesprochen hast. Sie hat gesagt, man soll nie Q-Tips in den Gehörgang einführen. Und ich habe mir ständig die Ohren sauber gemacht und habe mir voll den Dreck vor das Trommelfell geschoben. Und ich möchte, wenn wir schon sagen, Leute, esst keinen Zucker, bitte benutzt auch keine Ohrenstäbchen. Das ist eigentlich alles, was ich heute sagen wollte. Was ich noch sagen möchte, das hat mir Pilz letztens erzählt, dass man in den Kakao unbedingt eine Prise Salz reinmachen sollte, damit der besser schmeckt. Oder Chili. Und Chili. Ja. In Kaffee oder Kakao? Kakao. In Kaffee soll man das auch machen. In Filterkaffee. Eine Prise Salz. Und in Kuchenteig. Das hat mal eine sehr büroerfahrene Praktikantin bei mir im Royal Bunker-Ei geführt. Eine Prise Salz in den Kaffee. Ich fand die Fingerbewegung schön, die du da gerade gemacht hast. Ja, das war die Prise. Ich würde sagen, wir machen das eher so. Wie, das kennst du wieder nicht, ne? Dieses, nein, so. Dieses Streuen. Das Salt Bay. Als es hieß, ihr holt euch Nasenspray, habe ich auch an so Streubewegungen gedacht. Naja, gut. Nein, tatsächlich. Müsst du dich mal aufputschen für dich. Finde ich Nasenspray-abhängig. Aber da wollte ich gerade was dazu erzählen. Ich wollte noch eine Geschichte aus China anmerken. In China gibt es, ich war letztes Jahr in China mit meiner Familie im Urlaub und da waren wir in einem Park und dann kommen Ohrenausputzer. Die haben dann so lange Drahtstäbe dabei und dann kann man sich während der Tee-Zeremonie, die übrigens auch sehr viel unpräzentiöser stattfindet, als man sich das so gemeinhin vorstellt. Das ist sehr dreckig dort. Die krotzen alle auf den Boden und schmeißen ihre Kippen dahin und dann gibt es halt Tee. Und dann kommen die und sagen, Ohrenausputzen kostet hier zehn, zehn irgendwas. Und dann hat der bei mir auch, das kann man eigentlich so im Radio fast gar nicht erzählen. Ist das wie, wenn man an der Ampel steht und Leute kommen und wischen einfach die Scheiben, kommen die einfach an und wischen deine Ohren aus? Man kann das schon bestellen und kann sagen, ja, ich möchte ihn. Ich möchte auch das volle Programm. Ja, richtig, richtig ausputzen die Ohren. Und ich sage mal so, einen Bekannten von mir, den ich auch kenne, also ein bisschen weiter weg, Freund von Freund von Freund, dem haben sie die Ohren ausgeputzt und haben so wirklich stattliches, stattliche, krümelige Masse, gelbbräunlich. Womit haben die das rausgemacht? Mit so Eisenstäbchen, langen Eisenstäbchen, wo wart ihr vorne dran? Das hat die empfohlen, die Ohren erzählt. Drangebunden war und dann haben die das so sehr kunstvoll, also auch mit der Stirnlampe, reingeleuchtet in den Gehörgang und haben das dann so rausgezogen und auf jeden Fall war dann so, ich sage mal so, vierfaches Reiskorn, groß, aber findet ihr das ecklich? Ich finde es voll... Nein, eben nicht, aber er hat es dann so rumgezeigt und dann hat das dann so... Insta-Story. Guck mal, was ich da gefunden habe. Es war gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Ich sage mal so, es war gewöhnungsbedürftig. Kennt ihr nicht diese Ohrenkerzen? Ja, doch. Ja, genau. So ist das doch auch. Das zieht ja durch diesen Unterdruck und dann hat man so einen richtig geilen Propf im Ohrenschmalz. Gibt es das? Also funktioniert das wirklich? Hast du das mal gemacht? Nein. Weil du hast gesagt, don't lie. Ein Freund von einem Freund war ich. Aber im Internet gibt es Lehrvideos wahrscheinlich. Ja, sehr gut. Hey, Josi, Helin, ich sehe schon einen großartigen Podcast in eurem Podcast. Womit beschäftigt ihr euch so? Auch Ohrenschmalz, Ohrenkerzen? Wenig. Tatsächlich. Alltagstipps? Ja, geben wir Tipps für den Alltag? Ich weiß gar nicht genau. Musiktipps. Genau, wir reden irgendwie viel über Musik, die wir mögen und auch über Musik, die wir nicht mögen. Und sonst quatschen wir irgendwie über alles, was uns in den letzten Tagen begegnet ist. Nachrichten, News, Rap-Update, solche Dinge. Ich glaube, auch ähnlich wie ihr, oder? Nee, noch anders. Also, ich hätte jetzt gesagt, das ist die wundersame Rap-Woche. Tschüss. Das war deine letzte Sendung. Also, wir spielen sehr, sehr viel Musik. Wir haben, immer, ja, fünf, sechs Mucke-Blocks, wo wir wirklich 15 Minuten am Stück Musik spielen. Okay, das unterscheidet euch von uns? Genau. Und die sind handgemixt. Das möchte ich nochmal betonen. Von der lieben Josie Miller, ja. Josie oder Josie? Das ist dir überlassen. Ist dem Interpreten. Ja. Überlassen. Weil ich habe jetzt zwei verschiedene Betonungen gehört. Ich habe meine Mutter letztens erst gefragt, wie sie es sagen würde. Und? Sie sagt Josie. Deine Mutter nennt dich Josie, ich nenne dich auch Josie. Alles klar. Das machen wir so wie bei Lil Yachty. Ja, seine Mutter nennt ihn Lil Yachty, ich auch. Nicht Lil Yachty? Nein. Ehrlich? Wann, ich weiß es nicht. Ich habe, nein, das ist ein altes, ey, uraltes Rap-Zitat, aber das kläre ich an anderer Stelle mal auf. Sorry. Hey, über Musik, die ihr mitgebracht habt, wollt ihr gerne sprechen. Wir von Chefcat. Was gibt es dazu zu sagen? Ein schön gemorphtes Video. Ja, also ich finde, Chefcat ist ein ganz großartiger Künstler. Most underrated in Deutschland, meiner Meinung nach. Und ich finde, dieser Song geht einfach echt mir krass bis in die Knochen. So, ich kann das anhören und gut mitschwingen und fühle den Text sehr. Dann hören wir ihn jetzt auch. Guck mal, was ist für den Übergang, oder? Auf die Brit. Ja. Lucy, hörst du das jetzt auch? Ich hör's. Ey, Marc hat's hier richtig hingekriegt. Props gehen raus an Marc, an dieser Stelle. Die wundersame Rap-Woche. Jetzt kommt das mit den Kräfen, drum und dann das mit den Frauen. Mit Maulien Steiger. Und Helene schwingt. Okay. Findest du das auch attraktiv eigentlich? Was? Chefcat. Attraktiv. Ich hab nur Augen für einen Mann. Wirklich? Ja. Und? Das ist wie Chefcat. Chefcat ist natürlich ein schöner Mann, na klar, aber interessiert mich nicht. In dem Sinne. Ist es wichtig, dass ein Rapper auch gut aussieht? Ich hab... Kontra K. Nee, ist mir nicht wichtig. Wirklich nicht? Warum denn nicht? Ich würde jetzt was Mieses sagen, aber ich würde jetzt einfach sagen, weil... Ja, ich... Warum? Warum? Ich muss den doch nicht anschauen. Bei weiblichen Rappern immer Kriterium. Ja, weiß ich, aber ist doch... Also mir doch scheißegal. Also ich find's bei männlichen Rappern auch ein Kriterium. Ehrlich? Ich find mir nur attraktive Rapper. Und? Wir finden's so richtig geil. Ähm... Das stimmt leider. Naja... Nee, Disaster sieht auch gut aus. Mmh. Mmh. Na auch. Aber... Knackegut. Aber warum reden wir darüber? Wir reden über Rap? Ist das wichtig im Rap? Nein, natürlich nicht. Mann, das war natürlich ein Witz. Das ist natürlich... Das ist lustig. Von vornherein. Okay. Hey, worum geht's in eurer Radiosendung? Erzähl doch mal ein bisschen was von eurer Radiosendung. Ich hab euch vorher unterbrochen mit dieser wunderbaren Musik. Willst du noch was dazu sagen? Mir fällt noch eine Geschichte zu Chefket ein, abgesehen von seinem Äußeren. Er hat uns auf der Trettmann-Tour besucht beim Konzert in Erfurt und da war er mit Clueso. Er hat ja, glaube ich, supportet. Clueso auch sehr attraktiv. Auch? Doch. Also ich kann das auch sagen, ohne dass ich jetzt sagen muss, ich find alle gleich aussehend. Ich find Clueso ist schon ein attraktiver Mann. Ja, Chefket auch. Ihr seid alle schön. Auf jeden Fall haben die uns besucht auf Tour und wir sind irgendwie darauf gekommen, was DJs so bei dem Auftritt machen. Und da hat er erzählt, und das fand ich komisch, weiß nicht, ob das jemand von euch gesehen hat, dass er den DJ-Tisch fickt beim Support-Ban von Clueso. Was? Wer fickt den DJ-Tisch? Chefket? Chefket, ja. Es gibt einen bestimmten Song und ich wollte es eigentlich mal bei YouTube irgendwie raussuchen. Das war das Einzige, was mir irgendwie hängen geblieben ist von diesem Gespräch. Es war so auf der Show, wir waren alle relativ... Und er stellt sich hinter den Tisch und macht Fickbewegungen. Genau. Und dann hat er halt gefragt, was ich so mache, während ich auflege. Also nach dem Motto, ob ich auch den Tisch ficke oder welche Bewegungen ich ausführe. Und das ist das Einzige, was mir vor dem Gespräch... Was war deine Antwort? Ja, dass ich das nicht mache. Ich lege halt nur auf und ich hab mich halt auch sehr gewundert. Ich find, du machst schöne Arme. In welcher Situation oder wie, also gerade auf einem Clueso-Konzert, wie es dazu kommt, dass er bei jeder Show den Tisch bumst. Jetzt dachte ich, vielleicht war jemand von euch auf der Clueso-Tour und hat das irgendwie gesehen. Ich war tatsächlich auf der Clueso-Tour, aber ich hab vor lauter Feuerzeugen nicht gesehen. Ich war so glücklich. Ja, ich war tatsächlich... Das ist jetzt ein bisschen eine komische Geschichte, aber es ist, ja, meine letzte Story zu Chefket. Ja, also meine Lieblingsgeschichte zu Clueso ist, dass ich den vor 35 Jahren irgendwo in Jena auf der Bühne gesehen habe und im Rahmen des Vostok-Mobs und er auf die Bühne kam und tatsächlich... Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es war plötzlich eine andere Aura. Weißt du, kennt ihr diese Jugendhausauftritte und plötzlich kommt ein Star mit auf die Bühne? So war das bei Clueso damals. Clueso ist einfach ein unfassbarer Künstler. Also, unglaublich. Ich muss sagen, ich bin im Berg von Clueso genauso wenig vertraut wie mit den Homegirls. Also sehr. Also gar nicht. Aber ich bin auch ein wahnsinnig ignoranter Typ. Es liegt aber auch wirklich daran, dass mein Handy gerade nur noch ganz minimale Akkuleistung hat. Ich kann eigentlich fast gerade keine Musik hören, als wenn ich auf Arbeit bin. Aber warum nimmst du dich denn als ignorant wahr? Ich nehme dich gar nicht so wahr. Na doch, natürlich. Ich kenne immer nur die Hälfte oder weiß nichts, spreche Namen falsch aus, kann mich an Songtitel nicht erinnern. Aber das geht uns genauso. Leute kommen immer auf mich zu, hey, wir kennen uns. Ich so, ja. Ist das gerade eine Anspielung? Ich glaube eher, das liegt an deinem Erinnerungsvermögen. Ja, das haben wir ja schon des Öfteren hier durchgekaut. Das habe ich nicht gehört. Ja, liegt auch am Alter und an der Kapazität von Menschen. Wie alt bist du denn? 85. Ich behaupte, Menschen können sich nur 150 Personen merken. Da warst du schon wieder weg. Wie war es gleich? Was wollte ich sagen? Was wollte ich an dieser Stelle sagen? Hey, wann läuft eure Sendung? Das wissen wir selber nicht. Nächsten Freitag. Jeden Freitag, aber 15 Uhr oder 16 Uhr. Das weiß ich gerade selber noch nicht. Wie lange geht eure Sendung? 16 Uhr, sagt gerade unser Produzent von der Seite. 16 Uhr? Und wie lange geht eure Sendung? 90 Minuten. Anderthalb Stunden? Was ist denn das für ein Sendeformat? Ja, krass, oder? Na, weil wir so viel Musik haben. Genau. Ach so, dann die restliche halbe Stunde ist Musik, oder was? Ah, in den 90 Minuten redet ihr. Genau, also wir unterhalten uns und zwischendurch kommt 15 Minuten Mucke, die von Josi gemixt wird und die wir gemeinsam aussuchen. Also das, was wir halt gerade so geil finden. Und dann reden wir im nächsten Blog entweder über die Mucke, die gerade lief oder über das, was gleich kommt oder über das, was uns so passiert ist in den letzten Wochen. Weil wir sehen uns immer zwei Wochen nicht und dann haben wir uns immer einiges zu erzählen und dadurch, dass wir so aus den gleichen Ecken, aber verschiedenen Bereichen kommen, haben wir uns öfters schöne Dinge zu erzählen. Öfter. Wo lief euer Homegirls-Podcast bislang? Also wir waren erstmal eine Zeit lang auf Energy und jetzt haben wir das eine Weile auf Mixcloud einfach hochgeladen. Also ihr könnt die ganzen Folgen nachhören, Freunde. Wird es die in Zukunft auch auf Mixcloud geben? Ich denke schon, dass wir die weiter hochladen, oder? Es ist alles noch sehr unklar. Ja, aber mal richtig durchboxen. Sag's euch. Ja? Okay. Also wir müssen es auf jeden Fall irgendwo... Hey, du, wir sind nach wie vor sehr, sehr glücklich mit dem Podcast-Format auf YouTube. Bekommen auch zahlreiche Zuschriften, dass es voll das geile Format ist. Ja, die Leute lieben das. Die Leute lieben das, dass wir nicht bei Spotify zu finden sind. Es ist eine Welle der Zuneigung, die immer auf uns zuschwappt. Also ich höre tatsächlich auch nie was bei YouTube. Also ich frage mich auch immer, was das abgeht. Also hören auf YouTube ist halt nervig, wenn man natürlich irgendwie visuell stimuliert werden möchte. Das hat uns ja letztens auch jemand vorgeschlagen, dass so wie in amerikanischen Radiosendungen das zu machen, dass man sich im Prinzip live dazu aufnimmt. Also dass man auch ein Bild dazu hat. Und das finde ich irgendwie einen interessanten Ansatz, dass man nicht nur die Stimmen hört. Das stimmt. Sondern wie es jetzt auch gerade passiert, dass wir uns dabei aufnehmen. Euer Manager macht das hier jetzt gerade informmäßig. Ja, läuft. Also wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Und bis jetzt hören uns eh nicht so viele Leute an. Aber fändest du das interessanter, also drei Leute im Studio anzukommen? Das ist ja auch Quatsch. Also für mich ist das nicht wirklich interessant. Außer wenn jetzt natürlich Kanye West im Studio sitzt und da ganz viel über Mimik funktioniert. Aber es ist nicht ein bisschen interessanter, als es nur zu hören? Ich weiß nicht, wenn es eh auf YouTube ist, warum das nicht noch visuell unterlegen? Weil ich mich ja visuell anders stimulieren lasse, wenn ich jetzt einen Podcast höre. Also ich höre das ja beim Autofahren oder sowas zum Beispiel. Also liebe Zuhörergemeinde, herzlich willkommen hier bei wundersame Rapwoche, dem Technik-Podcast der Hip-Hop-Gemeinde. Wir reden heute über neue Technologien wie YouTube und wo man am besten seine Sendung präsentieren kann. Nächste Musik, perfekte Überleitung, Nettlebackplatz von Shaka One. Hast du mitgebracht? Ja. Also ich bin großer... Großer Shaka One-Fan? Ja, tatsächlich. Ich war letzte Woche, habe ich auf einer Beauty-Messe in Dortmund aufgelegt. Das war so eine YouTuber-Influencer-Messe. Und da trat Shaka One auf? Genau, da war er ein Headliner. Kleiner, da habe ich ihn gerade entdeckt. Nee, aber das... Also es waren, ich weiß nicht, da waren die Lochis da und Dagi Bee und Lena und Lisa, 14-jährige YouTube-Girls mit Zahnspangen und ich kannte halt niemanden von denen. Es war eine ganz weirde Situation und ich habe halt irgendwie 10 Stunden Justin Bieber aufgelegt. Und ich bin so froh, als ich im Zug nach Hause saß und gesehen habe, Shaka hat einen neuen Song raus und endlich wieder guten Rap und dann wollte ich einfach nur aus dem Bahnhof aussteigen und dass mich jemand anpöbelt oder jemand jetzt freie pisst oder so. Ich war so froh, aus dieser bunte, kotzklaunigen Bubble von YouTubern da weg zu sein. Also kein Disrespect so. Nee, klar. Bezahlen ja gut. Genau. Aber ich war einfach froh. Und dann wünsche ich mir Rap wie den von Shaka, um wieder geerdet zu sein. Warum spielst du Shaka Mon dann nicht? Also ich gehe auf jeder Party zum DJ und sage, entschuldigen Sie bitte, haben Sie West-Berlin-Maskulinen? Würde ich jetzt gerne hören. Auf der Hochzeit. Mein Tenis hat Rostschutz bei den vielen feuchten Fotzen. Hätte ich jetzt gerne hier mal als Entschuldigung. Unsere Sendung wird ja auch auf Flux FM ausgestrahlt. Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Hörern von Flux FM entschuldigen für diesen Ausfall. Verbale Entgleisung mache ich natürlich nicht, gehe ich nie hier hin, auf Partys. Aber ich frage immer nach West-Berlin-Maskulinen. Warum spielst du Shaka Mon nicht auf solchen Veranstaltungen? Auf den YouTube-Veranstaltungen? Ja, könnte man ja ein bisschen Erzieherisches... Das stimmt. Pädagogische... Es wurde mir tatsächlich untersagt. Oder West-Berlin-Maskulinen. Da ist so eine Blacklist drauf. Ja, im Prinzip Begriffe zu nutzen, die vielleicht für minderjährige Ohren nicht da sind. Auch wenn sie es heimlich hören, ich sollte es in der Öffentlichkeit nicht machen. Deshalb habe ich es nicht gespielt. Korrekt von dir. Finde ich okay. Aber dafür können wir es auf Flux FM spielen. Und auf Bume-Fam. Wundersame Rap-Woche mit Maulien Steiger. Themen der Woche. Und deinen Homegirls. Hey. Hey, quatsch ruhig drauf. Genau. Und den Homegirls Helene und Yossi. Yes. Achso, man muss natürlich auch noch dazu sagen, dass unsere Sendung sich um Hip-Hop dreht. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Wir sind Hip-Hop-Radio-Sender. Da setzen wir das einfach mal voraus. Also ich würde sagen, Hip-Hop und Art verwandte Genres. Ja, natürlich. Also wir spielen auch Dancehall und so einen Spaß. Und eure Sendung, gibt es jetzt auch nur 14-tägig? Oder die wird jede Woche jetzt? Also sie wird schon jede Woche ausgestrahlt, aber dann wird jede zweite Woche eine neue kommen. und jede erste Woche kommt dann. Eine Wiederholung. Das klingt komisch, ne? Ja, eine Wiederholung. Jede erste Woche kann man nicht sagen, oder? Also die Leute haben es verstanden. Eine Sendung und die läuft zweimal. Genau. Auch am Freitag. Also. Es läuft eine alte Sendung. Entweder von vor anderthalb Jahren und dann halt Stück für Stück immer weiter. Nein. Anderthalb Jahre, aber dann sind ja die News total veraltet. Aber wir machen keine News. Wir machen keine News. Ich dachte, ihr besprecht das, was in der letzten Woche passiert ist. Ja, aber das ist ja trotzdem interessant. Also ich höre ja trotzdem den Leuten gerne zu, was sie für Meinungen hatten über Musik von vor anderthalb Jahren. Das stimmt. Das mache ich manchmal. Ich habe ein großes Archiv an alten Hip-Hop-Zeitschriften. Wicked zum Beispiel. Kennst du Wicked noch? Die Hip-Hop-Zeitschrift. So 1998, Hamburger Hill. War immer noch. Und dann so ein großer Artikel über Hamburger Hill. Zweite Garde irgendwie. Hamburger Rapper nach Jan Delay und Semmy Deluxe. Interessiert keine Sau mehr. Frage ich mich immer, was machen die Leute heute? Ja, aber es ist doch total geil, wenn man lesen kann, was denen für glorreiche Zukunft versprochen wurde. Klaus zum Beispiel. Kennt kein Mensch heute mehr. Hä, das stimmt doch nicht. Dendemann. Dendemann, total hart. Also wirklich, unter ferner Liefen. Wer kennt Dendemann noch? Das ist gemein. Wer ist das? Dendemann? Wer ist das? Ja, wer war Dendemann nochmal? Wer war das? Ja, wer war das nochmal? Das ist auch ein Industriekletterer, ne? Ist echt mittlerweile Industriekletterer. Nicht dein Ernst. Wirklich? Helene, jetzt mach mal deinen Ironiedetektor an. Ich weiß natürlich, dass Dendemann total abgestiegen ist und jetzt irgendwie Musik von zwei klassischen TV-Sendungen machen muss. Jeder muss halt gucken. Ey, da war ich. Ich war letztens noch bei Jan Böhmermann. Schäme mich. Wer ist Jan Böhmermann? Das ist der Sidekick von Dendemann in dieser TV-Sendung. Jetzt, was du sagst, da fällt es mir ein. Ist das nicht der Sidekick von Olli Schulz? Olli Schulz war mal hier in der Sendung. Das war cool. Geiler Typ, oder? Ja, Olli Schulz war... Ich bin auch großer Fan von deren Podcast. Genau. Josi ist auch die Ironiebeauftragte von den Homegirls. Fest und fluschig heißt der, oder? Fest und fluschig heißt der, oder? Fest und fluschig, oder so. Genau. Fluffig, fluffig. Fluffig. Fest und fluffig. Ja. Was hast du dort gemacht? Bei Böhmermann? Im Publikum gesessen? Ähm, nee. Ich hab tatsächlich an Jan Böhmermanns Schreibtisch gesessen, als keiner geguckt hat und mich dort selber fotografiert. Ich war aber hauptsächlich mit Trettmann da und hab das Autotune gesteuert, weil er mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld Songs performt hat. Das hab ich tatsächlich. Und ich fand das eine sehr, sehr schöne Performance. Das war live Fernsehen, so wie es sein soll. Nichts war irgendwie im Nachhinein bearbeitet. Schönes Bühnenbild, schöner Schnitt. Und Trettmann ja sowieso, weiß nicht, wie du das findest, aber guter Mann. Genau. Und ich war hinten hinter einer Holztäule und hab Autotune gedrückt. Also so vertraut scheint er jetzt mit unserer Sendung dann doch nicht zu sein. Sonst würdet ihr natürlich wissen, dass wir Trettmann hier hoch und runter gespielt haben. Ja, aber du schaltest keine Ahnung zu haben, sonst wüsstest du wahrscheinlich, dass ich auch der DJ von Trettmann gerade bin. Doch, das weiß ich. Das wollte ich dir nämlich, ich wollte nämlich jetzt, warte mal, ich wollte dir jetzt so eine geile Frage stellen. Ich wollte dir sagen, sag mal Josi, du bist doch auch mit Trettmann auf Tour und ich treffe dich auf dem Flur. Die ganze Nacht lang rauchen wir pur. Wird da wirklich die ganze Nacht lang pur auf dem Flur auf Tour geraucht? Die Joints sind größtenteils pur, das schon, aber ich glaube, es ist vielleicht... Rund um die Uhr? Ne. War geil, oder? Der war gut, der war immer gut. Helene, schämst du dich? Ich schäme mich so sehr. Also ich glaube, dass es Zeiten gab, wo es mehr eskaliert ist, auch bei ihm. Und wir hatten so ein hartes Tourprogramm, also es war sehr straff, sehr, sehr viele Dates in sehr, sehr wenig Tagen, es war sehr anstrengend. Und deshalb war es jetzt nicht so krass eskalierend, wie es vielleicht hätte vor zehn Jahren noch sein können. Aber es war trotzdem schön. Beantwortet das deine Frage? Ja. Cool. Wie lange bist du schon mit ihm auf Tour? Hast du dich jetzt nur rangehängt, weil er jetzt da Erfolg hat? Genau, ich habe mich im Prinzip jetzt hochgeschlafen. Ah ja, okay. Wir kennen uns, weil wir aus der gleichen Stadt kommen, schon seit sechs, sieben Jahren. Und es war die ganze Zeit schon so, ja, irgendwie, ob man da was zusammen macht als DJ und wir würden es auch so gut verstehen. Und jetzt vor einem halben, dreiviertel Jahr, wo es so hieß, okay, wir machen ein neues Album, wir machen eine Tour. Hast du nicht jetzt Bock? Da habe ich gesagt, ja, machen wir. Und dann kam der große Hype und das war natürlich nützlich. Genau, auch. Ja, ist geil. Wir haben es schon tausendmal gesagt, aber es ist ja wirklich, da geht einem ja das Herz auf. Ich kenne ja Trettmann auch schon ein paar Jahre. Geil, oder? Man hat so ein Gönnergefühl dabei. Es ist so schön, dass man wirklich denkt, so, ja, das ist so gut. Ich habe mal ein Interview mit ihm gemacht, damals bei Rap.de, damals hieß er noch Ronny Trettmann. Was heißt damals, wenn ich fragen darf? 2008, 7, 8, also wirklich schon 10 Jahre her, gut. War ich 13. Ich auch, ich auch fast, noch. Ja, und da habe ich einen sehr, sehr jungen Alter, habe ich da damals Rap.de geleitet, egal. Es ist nicht egal. Danke, danke. Ich mag dieses Mitleidige. Es ist uns nicht egal, was du alles geschafft hast. Du hast auch eine Geschichte, super. Wer erkennt das auch an? Respekt. Ich meine, jetzt diese Radiosendung, okay, ein bisschen downgrade, aber macht ja nichts. Ist so ein bisschen wie, wenn man für so eine zweitklassige Fernsehsendung jetzt Rapper spielen muss. Ist egal. Aber Ronny Trettmann, wirklich, und man wusste nicht, also ich habe das nicht durchschaut, ob es er, also ich habe dann gemerkt, ich dachte zuerst, da kommt eine Persiflage, also so eine Ragamuffin-Persiflage, aber dann war es dann doch ernst gemeint. Und kennst du den Track Glover von ihm? Nein. Nicht? Das war für seine Ex-Freundin aus Jamaika, Hannover. Und das ist ein großartiger Track. Und ich würde sagen, den spielen wir jetzt einfach hier aus Nostalgiegründen. Echt? Das würde ich nicht sagen. Doch. Okay. Doch. Das mache ich jetzt ganz einfach. Weil ich sitze hier am Regler und dann haue ich den einfach hier rein. Okay. Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch. B-M-O-B. Mit Maulien Steiger. Prima Show. Ronny Trettmann mit seinem dunklen Geheimnis, oder Trettmann mit seinem dunklen Geheimnis Ronny Trettmann. Er möchte nicht mehr Ronny genannt werden. Fünf Euro uns Ronny-Schwein. Auch für dich. Zehn. Ich habe es zweimal gesagt. Ja, stimmt. Zweimal mittlerweile. Aber ich finde... Ich darf die sogar kassieren. Ich bin heute beauftragt. Wirklich? Ja. Gebe ich dir. Gut. Gebe ich dir mit. Danke. Du, für den Ruhm und das Wohlergehen anderer sorge ich wahnsinnig gern. Nee, aber... Also doch Sugar-Dally. Trettmann hatte... Ja. Du hast mich ertappt. Trettmann hatte ein anderes Alias in einer früheren Zeit. Und ich muss sagen, den Song Glover, ja, es kann sein, dass er den heute vielleicht gar nicht mehr so geil findet. Und vielleicht auch ein bisschen unglücklich drüber ist, dass wir ihn spielen. Aber dafür kann ich nichts. Vielleicht auch 100 Euro ins Ronny-Schwein. Aber er hat ja doch auch eine gewisse Feinfühligkeit. Also diese Verletztheit eines jungen Mannes, der halt doch gedacht hat, dass die junge Dame aus Jamaika wegen ihm und wegen dem Herzen kommt und dann feststellen muss, dass das doch sehr materiell begründet war, die Zuneigung. Tatsächlich haben ja also die Songs, auch wenn sie so eine eigene Lingu haben oder so ein, ja, auf Sächsisch sind, immer eine gewisse Tiefgründigkeit. Es gab ja diesen Song, den er über seinen Großvater gemacht hat oder die Liebe zur Musik. Also es war ja nie so richtig belanglos, was er da gemacht hat. Und das merkt man ja auch heute in den Alben, dass die Themen halt sehr persönlich sind und dass es nicht halt dieses Rapper-Einheitsbrei-Thema, ich komme von ganz unten und bin jetzt ganz oben ist, sondern dass er halt viele andere Themen auch bearbeitet. Und das mochte ich schon immer an seinen Texten, aber ich fühle mich trotzdem persönlich gedisst, wenn ich so ein Sächsisch höre, fiel mir jetzt gerade wieder auf. Also geht es mir oft, wenn Leute schlimm ist, Sächsisch reden mittlerweile. Ja, kann ich nachvollziehen. Okay, bei ihm ist jetzt, er kommt ja selber aus unserer Ecke, deswegen fühle ich mich davon nicht so angegriffen. Aber ich fühle irgendwie so einen kleinen Schmerz, weil ich halt weiß, dass er sich damit ja nicht mehr identifiziert. Und ich glaube, wir haben alle schon mal Arbeiten gemacht, mit denen wir uns nicht mehr identifizieren. Und wenn die dann an die Oberfläche des Kosmos gelangen, dann ärgert man sich ja total. Und ja, deswegen fühle ich gerade einen Schmerz für Tretti. Ja gut, aber den Song gibt es ja immer noch bei YouTube, dann hätte er ihn ja löschen lassen können. Ja gut. Das ist ja auch nicht schlimm, das ist ja auch ganz gut. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, war ja, dass er nie richtig zu fassen war. Es kam halt so rüber, als würde er einen Witz darüber machen, aber auf der anderen Seite hatte es halt eben auch schon sein Ernstes. Aber trotzdem hat man das Gefühl, dass er heute seine Rolle mehr gefunden hat als damals. Total. Ja. Hast du das mitverfolgt, was da künstlerisch so entstanden ist oder wie das entstanden ist, wie er darauf kam? Du meinst jetzt auf das Album aktuell oder? Naja, dass er doch eine neue Art und Weise an die Musik ranzugehen irgendwie entdeckt hat. Na, ich weiß, dass er sich immer sehr viel mit Musik auch aus den Staaten und so befasst hat und davon sehr beeindruckt und beeinflusst war. Und deshalb immer schon so ein bisschen, für mein Empfinden, auch ein Step voraus ist. Also er hat mich ab und zu besucht, wenn ich aufgelegt habe und wusste eigentlich immer schon, okay, das ist in einem halben Jahr hier groß, als das Hotline Bling noch nicht war oder so. Und er hatte immer so ein sehr gutes Gespür dafür und hat sich davon, glaube ich, auch inspirieren lassen. Musikalisch ist er natürlich mit Kitschkrieg zusammengekommen. Das macht ja der Fitchi Chris von Kitschkrieg, der auch bei Symbes ist, der einfach auch ein super guter Produzent ist und schon immer einen modernen Sound produziert hat. Und da haben die sich, glaube ich, einfach gut zusammengefügt, um so ein modernes Werk, würde ich es schon mal nennen, zu kreieren, sage ich mal. Und dann seine persönlichen Einflüsse in den Texten. So ist das dann, glaube ich, entstanden. Wo sucht ihr euer Material für oder du für dein DJ-Set? Suchst du auch so in der Zukunft, was hier heiß werden kann? Schon. Also ich versuche dann auch in anderen Ländern, gerade so in Skandinavien oder so, da mal rüber zu schauen, was da gerade passiert. Warum gerade in Skandinavien? Weil ich das Gefühl habe, dass sie immer einen sehr modernen Sound haben irgendwie. Also gerade was die Beats angeht. Ich verstehe jetzt nichts von der Sprache. Aber irgendwie lasse ich mich da gerne inspirieren. Und dann gibt man das Best Body Verein und dann kommen halt mehrere Vorschläge in die Richtung. Genau. Da gucke ich viel. Und sonst dicke ich aber auf den handelsüblichen Portalen Soundcloud, YouTube und was es da halt alles noch so gibt. Genau. Und es gibt auch, oder jetzt mittlerweile auch nicht mehr, aber ich habe auch lange das Gefühl gehabt, dass die relevanten Charts, die für mich als DJ interessant ist, halt auch oft auf Soundcloud passieren. Und da sind halt viele Ami-Sachen, die gerade so einen Hype bekommen, die hier vielleicht noch undergroundig sind, wo ich dann auch schaue, ob ich das dann immer feiere, ist dahingestellt. Aber ich sage mal, wenn ich das Gefühl habe, ich kann es auflegen, kann ich das auch feiern, auch wenn ich das privat jetzt nicht so deep fühle. Hättest du Flares Erfolg vorausgesehen? Erfolg? Nein, mit Epic hat er ja jetzt... Ja, ja, klar. Nein, absolut. Auch die Kritiker überzeugt. Ja. Außer mich, aber egal. Es spielt in meinem Hip-Hop-Verständnis nicht so eine riesengroße Rolle. Ich habe mich nicht so viel damit befasst und deshalb, ich habe nicht so richtig darüber nachgedacht, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe jetzt mir nicht, ich saß nicht zu Hause und habe gedacht, okay, wird Flares damit erfolgreich. Es ist irgendwie einfach so nebenbei passiert, während ich mich für andere Dinge interessiert habe. Also ohne dich auch hat das funktioniert. Genau. Glückwünsche. Flair trotz fehlendem Support von Josi Miller. Ich glaube, bei Flair war das... Ich habe da auch reingehört in das neue Album und war auch überrascht. Aber so wie ich auch überrascht war, dass Moneyboy aller drei Jahre mal aus Versehen einen guten Song macht. Das passiert halt. Aber wenn man viel macht, macht man auch manchmal was Gutes. Genau. Ich glaube, bei Flair ist einfach... Ich glaube, es wäre egal gewesen, was er gemacht hätte jetzt. Es hätte auf jeden Fall irgendwie funktioniert. So Beamtenstatus mäßig. Hey, ich bin jetzt 20 Jahre dabei, es reicht jetzt. Ich bin jetzt eine Güteklasse höher. Für mich ist es einfach ein krasser Charakter, der extrem polarisiert. Und polarisieren funktioniert in Deutschland extrem gut. Bei uns in der Hip-Hop-Szene. Ich glaube, es funktioniert nur in Deutschland gut. Ja, also extrem hatebare Sachen kommen jetzt bei mir aus den Staaten nicht an. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich sehr stark selektiere und Hate aus den Staaten nicht so sehr mitbekomme, weil ich jetzt nicht 40 Freunde habe, die in den USA sitzen und die mir ihre Meinung stetig zu neuen Artists sagen, was ja in Deutschland der Fall ist. Nee, weil ich hatte lange Zeit den Eindruck, dass gerade deutsche Künstler gar nicht so Ecken und Kanten und jetzt hier voll auf... Voll, doch klar, guck mal, also bei Flair angefangen, Bushido, Ecken und Kanten, Sixten, Ecken und Kanten, also wir haben total viele Artists, die polarisieren. Wir müssen jetzt nicht mal über, wir müssen dieses schlechte Thema jetzt ansprechen, Josi. Welches Thema? Casey Rebill und, oh Gott. Casey Rebill und Ratta. Summer Jam. Summer Jam. Hast du den neuen Song noch nicht gehört? Erdbeer Woche. Nein. Oh mein Gott. Was ist da, was passiert da? Also, ich rappe dir die erste Line vorher. Bitch, du hast mein Herz gebrochen, denn bei unserem ersten Date hattest du die Erdbeer Woche. Erdbeer. Ah, geil. Ja, und so geht das weiter. Die Angst vor Männern vor der Periode. Genau, und wenn das Loch vorne nicht frei ist, dann nimmt er das hinten und wenn das auch zu ist, dann oben. Und sonst gibt es ja auch noch eine Million andere Möglichkeiten. Genau, es gibt ja noch hundert andere Löcher. Es ist wirklich, ich muss es ehrlich sagen, es ist wirklich das widerlichste Stück Rap-Mucke, was ich jemals gehört habe. Meine Fresse. Ey. Und ich bin nicht so der Dude oder das Mädel, die die ganze Zeit rumrennt und sagt, oh nein, die dürfen nicht vorzusagen oder irgendwie sowas. Das ist mir scheißegal, aber das ist sowas von, das ist einfach ekelhaft. Es ist auch billig, es ist auch schlecht gereimt, schlecht. Aber kann man da nicht auch den Männern eine gewisse kindliche, fast schon ein kindliches Verhältnis zur Sexualität testieren, wenn sie damit ein Problem haben? Klar kann man das, aber das legitimiert doch nicht, dass das Tausende von Kids hören sollen. Dafür ist es ja gemacht, dass irgendjemand hört. Es tabuisiert auch so ein bisschen das Thema. Ja, voll. Also Mädels, kleine Mädels fühlen sich schlecht, weil, oh Gott, ich gehe, keine Ahnung, oh Gott, ich habe meine Tage, ich darf mich nicht mit dem Dude treffen, weil am Ende schreibt der mich ab oder sowas. Ich meine, das ist jetzt sehr extrem gesagt, aber ... Die Frage ist ja eher eigentlich, warum ist dieses Gedankengut so weit verbreitet? Also ich meine, das ist ja jetzt nicht so, dass die jetzt auf die Idee kommen und jetzt so einen total abstrusen Text machen und wofür sie dann gehatet werden. Also jetzt natürlich von uns, die wir da wahrscheinlich ein ganz anderes Verhältnis auch zu Sexualität an sich haben, aber anscheinend scheint es ja ein bisschen weiter verbreitet zu sein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie einen Mann getroffen, der zu mir gesagt hat, das findet der widerlich, dass Frauen ihre Tage haben. Und in dem Song geht es ja auch darum, also wenn du, keine Ahnung, wir haben Zeit miteinander verbracht, wenn du mir sagst, was ist deine Tage, dann pff, tschau. So, es ist wirklich so. Und, Dicker, echt, ist das die Message? Aber das ist halt das Ding, ne? Ich frage mich ja selber ... Wahrscheinlich ist das die Message, ich frage mich nur einfach, wie die auf diese Idee kommen. Also ich meine, sind die einfach wirklich in ihrer kindlichen Sexualität stecken geblieben, dass es halt so was ganzes Reines sein muss oder irgendwas nur etwas, was ihnen Freude bereiten soll? Und es geht überhaupt nicht darum, dass man den anderen als Person respektiert. Ich meine, dann sind es einfach auch arme Schweine, die halt einfach nur eine sehr, sehr limitierte Vorstellung von Sexualität und von Freude haben. Ja, dann ist es halt mehr oder weniger wirklich nur so, äh, sie reinstecken, egal, abspritzen. Aber das ist natürlich auch eine armselige Vorstellung von Sexualität. Also wirklich, dann tun die mir auch leid. Und noch mehr leid tut mir natürlich, dass diese Art von Denken anscheinend weit verbreitet ist. Oder wir stellen jetzt fest, nee, es ist gar nicht so weit verbreitet. Gut, die Männer, die ich kennenlernen, das sind auch nicht repräsentativ für die Männer der Gesellschaft. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Josi? Also, ich hatte letztens ein Date mit Casey Rebel und das war, nee, keine Ahnung. Also, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass es für jemanden so ein Thema ist, dass man dann so einen sehr schlechten Song darüber macht. Aber wir sind auch aus dem Osten, das muss man dazu sagen. Ihr seid frei aufgewachsen. Die Körperkultur in Ostdeutschland ist schon nochmal, also, ist schon nochmal anders, ne, der Umgang mit dem Körper. Sauna. Ja, Sauna. Generell einfach nackt, das Nacktsein, das Empfinden des menschlichen Körpers als Körper und nicht als Sexobjekt. Also, ich sehe da halt auch was sehr, sehr Verklemmtes drin und das tut mir dann einfach leid. Also, wenn das natürlich auf fruchtbaren Boden fällt bei jungen Frauen, bei jungen Menschen, die sowas hören und einfach dann auch wirklich da eine Vorstellung von Sexualität mitbekommen, dass das nicht schicklich ist oder dass man dann keinen intimen Kontakt miteinander haben kann, wenn Frauen ihre Tage haben, dann tut mir das leid. Und dann muss man natürlich eine Gegenaufklärungsbewegung starten und in den Schulklassen gehen und sagen, nee, es ist einfach total normal und es kann auch da schön sein. Aber ganz ehrlich, also jetzt als Teenie, ich, Gesundheit, da, wenn ich jetzt irgendwie einen Song höre, dann, und das ist von irgendjemandem, den ich total heroisiere, dann höre ich dem doch viel mehr zu als, keine Ahnung, irgendeinem Pädagogen, der sich vor mir stellt und mir sagt, es ist kein Problem, wenn man geschützten Geschlechtsverkehr hat, wenn die Frau ihre Periode hat. Aber das Ding ist, ich bin so ein bisschen im inneren Konflikt mit mir selbst, da ich ja sage, dass ich es in Ordnung finde, wenn Rap teilweise sexistisch ist. Ich finde, ne, künstlerische Freiheit, mach, was du willst. Und ich finde es, ich fühle mich davon nicht angesprochen, wenn ein Rapper von der dummen Fotze spricht oder was auch immer. Und auch an dem Punkt kann man ja sagen, oh Gott, das hören ja Kids, die das aufsaugen und wiedergeben. Das kann man ja die ganze Zeit sagen. Und ich bin mit dem einen okay, aber bei dem habe ich auf einmal das Gefühl, dass es über eine Grenze geht. Obwohl das beides extrem respektlos ist. Beides. Und dieser Konflikt herrscht gerade in mir. Und seit gestern Abend, ich habe den Song gestern Abend, also okay, jetzt ist ja Samstag. Wahnsinn, du hast ihn diese Woche gehört. Ich habe ihn diese Woche gehört, genau. Und ich kämpfe so richtig mit mir zu sagen, ist das jetzt künstlerische Freiheit? Weil ich bin jemand, der wirklich die Flagge für künstlerische Freiheit hochhält und sagt, mir ist es total wichtig, dass Künstler das verbalisieren, was die in sich tragen. Aber wenn das dazu führt, dass wirklich so eine so natürliche Sache so stigmatisiert wird und so problematisiert wird, das geht mir echt bis in die Knochen. Ich finde das so widerwärtig. Gibt es die Möglichkeit, und das würde ich ja an dieser Stelle immer, Hip-Hop zugute halten, ja, es verbalisiert halt irgendwelche total verrückten Gedanken und so. Und dann kann man ja auch darüber sprechen. Also zumindest sind diese Gedanken dann auch in der Öffentlichkeit. Würde es etwas bringen, also und da habe ich halt meine Zweifel daran, dass das wahrscheinlich nicht funktionieren würde, aber ich würde mir wünschen eigentlich, dass man die zwei Typen mal ins Gebet nehmen kann und zu euch in die Sendung einladet und sagt, was ist eigentlich dein Problem mit der weiblichen Sexualität? Also offensichtlich hast du eins. Ja, die Frage ist natürlich, also die Konfrontation ist vielleicht nur einseitig gesucht, ja, dass die mit diesem Song polarisieren, das wissen die. Und die wollen auch, dass wir darüber sprechen und die wussten mit Sicherheit, dass sich alle Frauen im Rap darüber aufregen werden. Also nicht alle Frauen im Rap, sorry, ich will nicht für alle sprechen, so. Es gibt auf jeden Fall genug Frauen, denen das egal ist und das ist auch vollkommen okay. Aber die wollen, dass wir uns darüber aufregen, aber ich glaube nicht, dass das gewollt ist, dass wir da in einen gesellschaftskritischen Dialog miteinander treten. Das bezweifle ich. Aber ja, also ich habe wirklich diesen Konflikt in mir. Ich meine, ich höre selber 187 Straßenbande teilweise und da sind auch super, super frauenfeindliche Texte mit drin und da kann ich auch mitgrönen. Warum? Warum das? Aber das andere nicht. Naja gut, weil man das wahrscheinlich bei der einen Sache dann so ein bisschen ausblenden kann, wenn Bones rappt irgendwie so jeden Monat eine neue Frau wie ein Kalenderblatt. Dann kann man sich wahrscheinlich denken, ja, bin ich ja nicht, ich gehöre nicht zu den Frauen, aber ich bin keine Frau von Bones. Aber wenn halt... Manchmal ist das ja auch so übertrieben oder dann irgendwie, sorry, wollte ich nicht reinquatschen. Du warst fertig, ne? Ich war fertig. Sorry. Es war nicht besonders geistreich, was ich jetzt noch zu sagen gehabt hätte. Ne, in dem Moment habe ich auch schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ich meine, nur wenn es künstlerisch gut gemacht ist und irgendwie noch einen Anspruch hat und man erkennt, dass es Kunst ist oder sehr überspitzt ist, dann kann ich das halt auch eher nachempfinden. Aber dieser Song ist halt so plump, dass ich darin auch keine Ironie entdecken kann, wie es vielleicht bei einem guten Kai-Z-Song oder so der Fall wäre. Gut, aber wir hören ja trotzdem auch Rap, von dem wir wissen, es ist nicht ironisch gemeint und trotzdem ist es respektlos gegenüber Frauen. Aber es ist eigentlich genau das, was du, Steiger, gerade gesagt hast, dass ich mich davon nicht angesprochen fühle. Also wenn er jetzt über die dumme Bitch redet, die er letzte Woche gefickt hat, dann weiß ich, alles klar, that's not me. Weiß nicht, aber Periode habe ich halt auch. Genau. Ja. Hören wir mal etwas. Hören wir doch mal in den Song rein. Hören wir doch mal in den Song rein und spielen mal was ganz anderes von politisch bewussteren Rappern. Audio 88 und Yes oder 88. Ich wurde mal darauf hingewiesen, dass ich mal 88 sage, was nicht richtig ist. 88 und Yes sind... Moloch Dilemma ist noch dabei. Und Featuring Moloch Dilemma im Suft Daddy Remix. Genau. Ey, ein traumhaft schöner Song. Habe ich richtig anmoderiert? Das hast du richtig gesagt. Wie heißt der Song? Isolation. Es ist echt einer meiner absoluten All-Time-Favorites. Moloch Dilemma, auch ein altes Leipziger Urgestein. Und dieser Song ist traumhaft schön und dieser Remix ist unglaublich gut. Und die Misanthropie, die ich tief in meinem Herzen trage, ist gespiegelt in diesem Song. Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch D.M.O.D. Mit Maulien Steiger. Prima Show. Und Helene und Josi aka den Homegirls, neu in der Boom-FM-Familie. Immer freitags, 16 Uhr, eure Sendung. Wann lauft ihr eigentlich? Ich mach doch mal ein bisschen Werbung für euch. Wir sind ja schon in der Sendung. Also die Leute, die die Sendung hören, dann... Ach ja, wir sind ja live. 11 bis 13 Uhr am Samstagvormittag. Wir haben so quasi eine Morningshow am Samstagmorgen. Ja, geil. In der Wiederholung und auf YouTube und auf Flux.fm, Dienstagabend um 20 Uhr. Traumhaft. Und vermisst du Mauli ein bisschen? Ja, nein. Du könntest jetzt ganz liebe Dinge über ihn sagen. Nein. Ich muss ehrlich sagen, ich hab mich echt richtig doll drauf gefreut. Ich hab mich auch sehr auf Orte gefreut. Ich find euch im Dialog extrem lustig. Wirklich? Ja. Vielen herzlichen Dank. Danke für die Blumen. Ich finde euch auch toll. Danke. Wenn ihr zusammen die Sendung macht. Du wirst dafür bezahlt, oder? Nein. Das zu sagen. Gibt's heute noch so ein extra Fufi für dich? Also, wir kommen aus einem schwierigen Thema heraus. Ich weiß gar nicht, ob wir da wieder die Kurve kriegen, aber beschäftigt ihr euch viel damit mit eurer Identität als Ostler im Hip-Hop? Nö. Interessiert mich tatsächlich auch gar nicht. Also dadurch, dass ich auch überall auflege, spielt das für mich gar nicht so eine große Rolle und ich glaube, dass keiner sagt, ey, da kommt heute der Ossi-Dieter, Ossi-Rummelt-Dieter kommt heute zu uns. Nee, glaub nicht. Bei mir ist es auch nicht so. Wo kommst du denn her? Aus Stuttgart. Da sagen ganz viele, sagen, oh, da kommt wieder der Schwabe. Ach Gott. Hört man gar nicht. Ach. Eingeweihte hören das ja immer noch. Alter Teil von Freundeskresten. Nein. Immer in ewige Feindschaft verbunden. Nein, das stimmt auch nicht ganz. Ich war, ich kannte Max tatsächlich daher, dass er in den Clubs damals gerappt hat. Live. Nice. Und am Anfang waren wir uns ein bisschen Freundschaft verbunden, aber so ist das manchmal bei großen Lieben, dann ist man auch sehr enttäuscht und ich war ein bisschen von der Performance von Freundeskreis damals enttäuscht, muss ich sagen. Na gut, wenn man guckt, in welche Richtung du damals gegangen bist, dann versteht man schon, dass das nicht die Richtung war, die du vielleicht verfolgt hättest. Ja, ich habe mir auf jeden Fall von einer Band, die mit so einer Attitude angetreten ist, das war ja das. Also mit so einem Versprechen, hey, wir machen ein bisschen politischen Rap, war ich dann doch sehr enttäuscht und vor allem dann auch von den Interviews, die ich dann mit ihnen geführt habe, als es dann hieß, wir sind noch gar keine politische Band, Public Enemy ist eine politische Band, aber wir, wir wollen auch nur Popmusik machen. Und das habe ich ihnen wirklich ein bisschen übel genommen, weit weniger übel als den Fantastischen Vier zum Beispiel, die von Anfang an angetreten sind und gesagt haben, wir wollen Popmusik machen und Popsaß werden. Den habe ich so, weißt du, kennst du das, man erwartet von jemandem ein bisschen mehr und ist dann halt enttäuscht, also von einer Täuschung entzaubert. Genau, entzaubert. Naja, also ich... Also eigentlich hat es mehr mit meinen eigenen Ansprüchen zu tun gehabt. Okay, also ich weiß nicht um die Versprechen, die Freundeskreis damals gemacht haben, aber wenn ich jetzt so an Esperanto denke, das ist schon politisch. Ja, genau. Und dann wurde es halt ein bisschen... Achso, okay. Du wolltest noch mehr. Frau hängt die Wäsche auf, er singt ein bisschen rum. Hey, das ist ein wunderschöner Song. Ja, aber trotzdem hängt er halt nicht die Wäsche auf. Was auch geil, ein geiles Zeichen gewesen wäre. Aber ist doch überhaupt nicht schlimm, dass die Frau die Wäsche aufhängt. Doch. Nein, es ist überhaupt nicht schlimm, dass die Frau die Wäsche aufhängt. Aber es wäre ein stärkeres Zeichen gewesen, wenn er... Aber warum denn? Wenn sie die Wäsche aufhängen will, dann soll sie doch die scheiß Wäsche aufhängen. Also es ist ja auch kein Problem, wenn sie sie nicht aufhängt. Ja, genau. Ich hasse zum Beispiel Wäsche aufhängen. Ja, ich finde Wäsche aufhängen geil. Aber mein Freund findet Wäsche zusammenlegen geil. Genauso wie ich kochen geil finde und er aber abwäscht. Ich finde, das ist halt irgendwie so ein bisschen dieser... Das ist das Problem von Feminismus. Weißt du, wir versuchen... Oder viele von uns schreiben sich so auf die Stirn, so dieses typische Frauenrollenbild, das muss komplett zerstört werden und alles, was die Frauen eigentlich machen, müssen die Männer machen. Aber ich finde, wenn die Frau so einfach machen, was sie will und wenn sie eben abwaschen will oder Wäsche aufhängen will und wenn Joy Dina Lani das in dem Moment geil fand, dann soll sie das einfach machen. Außerdem war es ein wunderschönes Bild. Es war ein Video übrigens. Ich will Max gar nicht dabei zuschauen. Wer? Es war ein Video, ja. Es war nicht die echte Welt. Ja, aber trotzdem. Trotzdem. Vielleicht hat sie es ja tatsächlich gemacht. Vielleicht stand im Drehbuch sogar, Max hängt die Wäsche auf und sie hat sie vorgedrängt, hat es durchgestrichen mit so einem ganz großen Marker und hat gesagt, nein, 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 nicht. Ich hänge die Wäsche auf. Ich hänge die Wäsche auf, weil ich das einfach gerne mache. Ich mache das einfach viel lieber als Max und deshalb muss ich das machen in diesem Video. Nein, verstehe doch diese Bildsprache. Ja, ich möchte eine progressive Band sein, ich möchte progressive Inhalte und so weiter und dann transporte ich trotzdem so ein tradiertes Rollmodel. Ich rede doch nur davon, von der Macht der Bilder und man hätte es anders machen können. Ich habe mir was anderes erwartet, aber ich war ja auch nicht der Regisseur. Ich bin als Regisseur rausgestrichen worden, schau dir, der Lady kam und hat gesagt, der nicht, der nicht. So, und im Endeffekt geht es ja immer nur um mich und um mich und meine Enttäuschung, meine Vorstellung und deshalb ist diese Kritik natürlich, Helene, du hast vollkommen recht, total unbegründet. Es war einfach nur ein subjektives Gefühl. Vergiss es, vergiss den letzten Take. Ich will es rausstreichen, aber wir sind in einer Live-Show, wir können nichts rausstreichen. Der Postelion hat heute einen Artikel gepostet. Du meinst vor zwei Tagen? Ja. Weil wir sind ja live. Genau, hat einen Artikel gepostet vor kurzem. Das ist ja, warum es, wenn es für Frauen Begriffe gibt, wie die Bäckerin und die Lehrerin und so, dass halt alles verweiblicht wird, warum es das dann nicht auch für Männer geben soll. Bäckerer. Genau, und das ist dann der Bäckererer und dann wäre das auch der Rappererer. Und dann habe ich, also es ist ja auch gar nicht so eine schlechte Idee. Das wäre noch gleichberechtigter, als nur die weibliche Form zu nehmen. Und dann könnten wir wieder zu dem normalen Stamm zurückgehen und sagen, man meint Rapper und das ist das Neutrum. Also es ist egal, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Hey. Das wäre schön. Rapper ist das Neutrum. Das finde ich sehr gut. Das gefällt mir auch als Vorstellung. Das ist auch die Vorstellung, die ich von Rappern so habe. Neutrum. Das sind einfach neutrale Persönlichkeiten. Sehr gut. Okay, jetzt andere Frage. Beschäftigt es euch, dass ihr Frauen im Hip-Hop-Game seid? Wenn ihr schon nicht eure Osler-Identität irgendwie... Also dieses Osler... Nein, es war ein Spaß. Ich muss da trotzdem nochmal drauf eingehen. Ich hätte nie gemerkt, dass ihr Osler seid. Ach so, okay. Beschäftigt dich das, dass du aus dem Süden kommst? Oder macht es dir das schwerer? Immer mal wieder. Es kommt ja... Weißt du, was ich erlebt habe? Das ist dieses... Es war voll eklig. Krass. Krause Berlin. Bla, 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 bla. Dings. Und dann meine ich so... Weißt du, dann räuspere ich mich dann so... Sorry. Ibims. Ibims. Jugendwort 2017. Klasse Auswahl. Aber tatsächlich das erste Mal ein Jugendwort, wo ich sage, das stimmt. Weil die letzten Jahre waren die Jugend... Babo war auch nicht. Ne, warte mal. Ne, war nicht letztes Jahr Jugendwort. Und Fly. Ne, warte doch mal. Das war doch Smombi oder sowas? Ach ja, Smombi stimmt. Alter, ich kenne keinen Teenager, der das jemals gesagt hat. Was ist Smombi? Smartphone-Zombi. Also das war das Jugendwort, ich glaube 2015 oder 16. Ich habe das noch nie gehört. Du bist einfach zu alt. Das kann sein, ja. Das wird das Problem sein. So, jetzt erzählst du deine Geschichte zu Ende. Dann reufe ich mich und dann kommt so ein Seitenblick. So, ey, dich meine ich nicht. Du bist ja okay. Ja, so geht es mir manchmal. Aber ich hasse Schwaben auch. Nein, mir sind die eigentlich total egal. Eigentlich ist es mir total egal, wo hier jemand herkommt. Ja. Ne, ich hatte mal eine These aufgestellt oder eine Überlegung, dass Deutschrap sich ja auch irgendwie vor einigen Jahren in verschiedene Richtungen entwickelt hat. So aus dem Süden und aus dem Norden, wo die Leute vielleicht einfach ein bisschen wohlhabender sind oder einen hohen Lebensstandard hat, als jetzt vielleicht auch in Berlin oder in, keine Ahnung, in Pott irgendwo. dass die Rap-Themen sich ja deshalb auch verschieden entwickelt haben und dass deshalb vielleicht ja auch aus Berlin die ganze Agro-Zeit kam und noch mehr Straßenrap war, als es aus den anderen Gebieten Deutschlands ist. Kann man das so, würdet ihr das auch so sehen? Gerade du jetzt als alter Schwabe? Nein, klar. Also das war ja dann auch der Unterschied. Also ich meine, du kommst natürlich aus einem Landstrich, wo man, ich habe damals gesagt, irgendwie unter 20 Mark, damals gehe ich nicht arbeiten. Und das konnte man damals in Süddeutschland auch durchziehen. Dann konntest du zu Simler gehen oder bei der Post. Und dann kam man nach Berlin und hier war 11 Mark 50. Schon ein guter Lohn. Teilweise haben die Leute 8 Mark verdient. Damals hat man natürlich für die D-Mark hat man natürlich auch viel mehr bekommen als für diesen komischen Euro. Aber es war natürlich ein Preisgefälle von wirklich der Hälfte. Und du hast natürlich gemerkt, hier knirscht es ganz anders. Also wenn meine Eltern über Ossis geredet haben, die uns die Haare vom Kopf fressen, dann haben die über was geredet, was sie nicht kannten. Und hier hast du eine zweigeteilte Stadt gehabt, wo die eine Hälfte einfach mal für ein Viertel des Lohnes arbeiten gegangen ist. Du hast das halt einfach gemerkt. Ich habe hier 50-jährige Typen getroffen, die mit mir in der Zeitarbeitsfirma gearbeitet haben, die glücklich waren, endlich wieder morgens mit ihrer gefüllten Aktentasche aus dem Haus zu gehen oder mit ihrer Brotbüchse aus dem Haus zu gehen. Oh, meine Frau ist so stolz, dass ich wieder Arbeit habe. Und das war der letzte Drecksjob. Wir haben Paletten gestapelt, weil die Maschinen noch nicht da waren. Das waren richtige Sklaventreiberjobs und die Leute waren froh, dass sie hier überhaupt was zu fressen bekommen haben. Wann war das? Also, dass du da gearbeitet hast? 92. Ich habe hier teilweise für 36 Mark am Tag gearbeitet, irgendwie Telefonleitungen verlegt und so. Und das war natürlich eine ganz andere Art von Realität, die du hier in Süddeutschland damals noch gar nicht hattest. Mittlerweile ist das natürlich auch anders. Und die Leute haben auch dort bei Vollbeschäftigung keine Jobs oder miese Jobs oder Zeitarbeitsjobs. Das beantwortet ja auch ein bisschen die Frage, die du am Anfang gestellt hast. Warum sind wir jungen Leute nicht mehr in der Lage, so zu arbeiten, wie die jungen Leute früher? Das ist doch Quatsch. Aber es ist, nee, ich muss jetzt mal ehrlich sagen, wenn ich in meinen Schuljahrgang gucke, tatsächlich Menschen, die handwerkliche Berufe erlernt haben oder sich nicht zu schade sind für handwerkliche Berufe, das ist sehr, sehr selten geworden. Und das hat aber in dem Zusammenhang damit zu tun, dass sich nicht mehr so sehr über die Arbeit definiert wird. Vielleicht ist das auch unsere Bubble? Nee, das glaube ich aber wirklich auch nicht. Warum? Das hat wirklich ein bisschen mehr auch mit der Herkunft zu tun. Also ich glaube auch, dass sehr viele aus meiner Klassenstufe oder aus meinem Jahrgang nicht die Jobs gemacht hätten, die ich gemacht habe. Ich komme aber aus einem Arbeiterhaushalt, da war das einfach normal, auch mit den Händen zu arbeiten und arbeiten zu gehen. Aber ich kenne genug Freunde, die aus Akademikerhaushalten gekommen sind, die einfach ein Studium angefangen haben, die dann so eine Art Bohem-Lifestyle gemacht haben, die nie diese Art von Jobs gemacht hätten, die ich gemacht habe. Also ich sage jetzt mal so, wirklich, ich spreche jetzt mal so für die Leute, die ich in meinem Alter kenne. Das ist natürlich auch nicht repräsentativ für den Rest der Gesellschaft. Aber ich kenne niemanden, der einen handwerklichen Beruf erlernt hat und die meisten studieren irgendwelche Geisteswissenschaften, was ja völlig in Ordnung ist. Ich sage nur, die Begründung dafür ist aus meiner Sicht eben die nicht mehr Definition über ich muss arbeiten, sondern es wird sich angefangen, über andere Dinge zu definieren. Aber das ist auch Soziologie und das ist wahrscheinlich völlig fehl am Platz hier. Naja, also der Zwang, Geld zu verdienen, der existiert ja nach wie vor. Also irgendeine Art von Erwerbstätigkeit werden die Leute schon ausführen müssen, oder? Na klar, aber das Sich-Definieren über Arbeit ist nicht mehr so intensiv, wie es früher mal war. Also ich kenne niemanden, der morgens los, wie du es gerade eben erzählt hast, mit dem Koffer losläuft und sagt, ich bin so froh und meine Frau ist so stolz, weil ich gehe arbeiten und dann ist es der letzte Drecksjob. Aber ich komme... Sorry. Die Leute, die unter schlechten Arbeitsverhältnissen arbeiten müssen, die sind sich der Tatsache bewusst und die beschweren sich auch darüber. Und das ist auch gut so, weil du gerade gesagt hast, die waren stolz auf Drecksjobs. Das waren deine frei zitierten Worte. Also ich habe natürlich einen Hermes, einen Amazon-Fahrer oder einen Amazon-Fahrer getroffen, der war sehr stolz darauf, dass er sehr, sehr gut Pakete ausliefern kann und das schon seit 18 Jahren macht und das wahrscheinlich auch zu einem Dreckslohn nach wie vor macht. Und ehrlich gesagt, die Identifikationen über Arbeit, die funktionieren nach wie vor doch, also meiner Meinung nach, relativ gut. Also sonst gäbe es nicht irgendwie diese wahnsinnigen Legionen an schlecht bezahlten Praktikanten, Volontären und sonst irgendwas, die halt irgendwie in dieser Medienbranche auch... Ja, aber zum Beispiel das in der Medienbranche, du definierst dich ja, du fängst dann an, dich darüber zu definieren, was du für Dinge kannst und nicht darüber, dass du ein Praktikum hast. Also das ist meine Definition, aber das ist sehr subjektiv. Ja. Gut, aber hey, interessante Themen, schweift ihr auch manchmal so ab, so in eurer Sendung? Ja, voll. Ja? Immer? Ja, also ich glaube, das liegt auch ein Großteil an der Digitalisierung und dass einfach viele harte Jobs auch irgendwie durch Roboter und so ersetzt werden und dass die Leute nach und nach immer mehr Möglichkeiten haben, kreative Sachen zu machen oder darauf Einfluss zu nehmen und daran halt zu forschen, als die Arbeit wirklich selber mit den Händen machen zu müssen. Also ich meine, da sind ja viele Jobs auch weggefallen und das wird sich ja so weiterentwickeln. Deshalb ist das gar nicht so eine Entwicklung, dass man jetzt sagen kann, früher haben die Leute die Arbeit viel mehr geschätzt. Das hat sich einfach nur verschoben, glaube ich zumindest. Ja, oder wir haben die Arbeit einfach ausgelagert und viel von der händischen Tätigkeit oder Fabriktätigkeit findet halt in Orten dieser Welt statt, die wir nur haben. Und das außerdem. Aber es ist auch einfach nicht mehr gesellschaftlich also es ist gesellschaftlich nicht mehr so angesehen, wenn man halt sagt, ja, ich bin Kindergärtnerin. Das war es übrigens noch nie, aber das liegt daran, dass das auch so ein frauenspezifischer Job ist. Gut, dann ist es aber auch, also ich, also wenn ich, wenn Leute sich gegenseitig erzählen, was sie alle studiert haben, dann höre ich öfter mal, uh, okay, alles klar. Und wenn jemand erzählt, was er für einen handwerklichen Beruf erlernt hat, dann ist es eher so, ah, okay, cool. Ja, über Gas-Wasser-Installation kann man halt nicht so gut mitreden. Ja, genau. Man hat auch nicht so viele Bücher. Ja, nicht nur das, nicht nur das, sondern es ist halt auch einfach nicht gesellschaftlich so angesehen. Ganz kurz noch eine persönliche Frage, weil wir reden so viel über, ne, so eine persönliche Frage, was war der schlimmste Job, den ihr je gemacht habt? Oder der verrückteste, Ich habe Wäsche sortiert in einer Wäscherei, wo Schlachthof-Wäsche ankamen. Schlachthof? Schlachthof-Wäsche. Scheiße. Uh. Und das waren also so blutverschmierte Kleider. Und die Schlachter haben diese Wäsche tatsächlich auch irgendwie in eine Ecke geworfen, wo sie eine Woche lang gelagert haben. Und dann sind die mit einer ungefähr drei Zentimeter hohen Schimmelschicht da angekommen. Kopfkino. Und du musstest wirklich jede Tasche einzeln kontrollieren, weil die manchmal Hartgeld drin vergessen haben. Und dieses Hartgeld hätte die Waschmaschinen in der Wäscherei, in der Großwäscherei kaputt gemacht. Und deshalb musste man die Taschen kontrollieren und musste sie ausleeren. Und das habe ich gemacht. Das ist krass. In so einer Wäschekammer im Schimmel Schlachthof-Wäsche sortiert. Hätte ich eigentlich seitdem damals werden müssen. Nein, bin ich nicht. Immer noch nicht. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe gammelige Früchte aussortiert. Auf dem Erdbeerfeld? Nee, also richtig im Obstladen kistenweise durchsucht nach Gammelfrüchten. Okay. Also unsere beiden Storys haben schon mal mit Schimmel zu tun. Und was hast du zu bieten? Also mit Schimmel nichts. Ich habe zum Beispiel mit 16 bei Beland das ist Ostdeutschland bester Vergnügungspakt nicht gearbeitet in der ersten Saison als Indianerin. Und das war aber geil. Ich war ein Jahr lang jeden Tag als Indianerin verkleidet und habe Kinder geschminkt und wir hatten da ein Streichelzoo. Und das war eigentlich der schönste, aber auch verrückteste Job, den ich gemacht habe. Aber hast du nicht gerade gesagt der schrecklichste Job? Nee, es war auch schrecklich, weil die Kinder halt genervt haben. Aber ich war den ganzen Tag so im Streichelzoo und bin schon lang Achtung gefahren. Aber warst rot angemalt? Ob ich angemalt war? Rot angemalt? Ja, ich hatte so Kriegsbemalung. Klar. So, auch den Hautton oder nur Kriegsbemalung? Ich hatte nur Kriegsbemalung. Also ich war... Achso, das ist okay. Geht. Geht. Es stand im Vertrag. Ja, ist auch nicht deine Schuld. Keine Sorge. Nee. Das war auch damals noch so. In Ostdeutschland ist das so. Der Zustand, den die AfD auch wieder als normalen Zustand einführt. Hey. Ey, warte mal. Du hast vorhin eine Frage gestellt, die wir gar nicht beantwortet haben. Welche denn? Nämlich, ob wir der Ecofresh gehört habt, den Part, den er rückwärts eingerappt hat. Gehört habe ich ihn noch nicht, aber ich wusste, dass er es machen wird. Aber wir haben ihn synchronisiert, wir haben ihn wieder richtig herum... Dann müssen wir das jetzt hören. Eingespielt. Ich bin gespannt. Selbstverständlich. Und dann reden wir auch noch über die verlorengegangene Frage. Wundersame Redbooker. Was liegt an, Baby? Mauli und Steiger. Geil. Also die zweite Stunde haben wir noch nie mit 22 Minuten Verspätung eröffnet. Aber hey, wenn die Homegirls zu Gast sind, dann kann das schon mal passieren. Helene. Bitte. Die verlorene Frage. Über was haben wir vergessen? Weißt du was? Eigentlich finde ich die Frage gar nicht gut, deswegen... Ach so, die weibliche Identität im Rap-Business. Ist ja auch uninteressant. Werdet ihr wahrscheinlich auch die ganze Zeit gefragt, wie ist das denn so als Frau im Rap-Game und so? Ja, ey. Genauso wie der Reporter fragen kann, ja, welche Frage hättest du gern gestellt, ist das eine, welche hättest du gern nicht gestellt. Genau. So geht es mir zumindest. Also ich bin auch müde, darüber zu reden. Ja. Sehr gut. Dann reden wir auch nicht darüber... Wie ist das denn so als Mann im Rap? Anstrengend. Anstrengend. Wirklich anstrengend. Also wirklich, ey. Also von Homophobie bis ewige Männlichkeitsansprüche, was man alles tun, gemacht und wie viele Frauen und man gefickt haben müsste, echt anstrengend. Also wirklich so. Dann komme ich mir auch manchmal wirklich vor wie so ein moralinsaurer Opa und denke mir, meine Güte, ey. Ja, aber das Angenehme ist, du bist der Opa, der sich darüber aufregt. Ja. Und wenn wir uns darüber aufregen, sind wir... Hysterisch. Kampflesbische, hysterische Feministinnen. Einfach nur, weil wir sagen, dass das Wort Erdbeerwoche kein zulässiger Begriff für die Menstruation einer Frau ist. Ich sag ja immer, immer wieder, weißt du, mit einer Kalaschnikow auf dem Tisch ist so eine Diskussion, kriegt einen ganz anderen Drive. Die kriegt einfach mal einen ganz anderen, ganz anderen Drive. Das müsste man einfach mal, so kleine Frauenkampfverbände, die einfach mal sagen, so und jetzt hier, lass uns mal über die Erdbeerwoche diskutieren. Wir haben da einen speziellen Diskussionsbedarf. Was habt ihr zu sagen? Und dann so. Vielleicht meinen die ja auch gar nicht, die Menstruation der Frau. Genau. Vielleicht geht's ja um was anderes. Ich glaube auch. Kann man eigentlich bei euch in der Sendung nehmen, bei Essen? Ich hab echt richtig Hunger. Ich würde ein bisschen... Josi hat sowieso so ein Ding, dass sie in jeder zweiten Sendung in das Mikrofon schmatzt und ich habe, ich hab letztens, Misophonie ist der Begriff dafür. Du kriegst Aggressionen. Das ist der Hass über Geräusche. Ja. Ist das ein Trennungsgrund? Nee. Okay. Kann ich nachvollziehen, mein Kumpel Mauli macht entweder so etwas, der hat sich dann aber die eigene Sendung angehört und hat dann gesagt, oh, krass, ich hab Misogonie, wie heißt das? Misophonie. Misophonie entwickelt, ich hasse mich, wenn ich Geräusche mache. Okay. Sollte ich vielleicht auch mal machen, ein kleiner Tipp, kann man sich selber dann anhören und sagen, boah, geil, das geht ja gar nicht, Nüsse essen. Okay. Josi hört sich Homegirls auch nie an. Ja, das haben wir was gemeinsam. Ich höre mir auch nie irgendwas an, was ich irgendwo gemacht habe. Echt? Nee. Echt? Ich war ja dabei. Das ist total wichtig für die Selbstreflexion. Ah, Selbstreflexion habe ich nicht so. Ist nicht ausgeprägt bei mir. Alles klar. Ja. Und, was Mauli die ganze Zeit macht, er tatscht die ganze Zeit an diesem Mikrofon rum und ich sage, hör auf damit, aber er hat auch mittlerweile schon mal so einen Würfel dabei gehabt, wo man so ganz viel rumdrücken kann für ADHS geschädigte Kinder. Ein Fidget Spinner. Genau. Ja, Fidget Spinner hat er auch dabei gehabt. Schon. Aber es hilft nichts. Er fummelt mit dem Mikrofon rum und macht da Geräusche. Hey, neue Musik, Let Me Breathe, Action Bronson. Gut aussehender Typ. ich liebe Action Bronson. Wirklich? Ey, du sagst irgendwas. Großbärtig, kann man dir vorstellen, mal auf seinen Bauch einzuschlafen, wäre schön. Schon schön, oder? Er ist schon schmusi, schon cozy. Also, ich muss echt sagen, ich bin von wenig Rappern tatsächlich Fan, aber Action Bronson ist ein Mann, den ich sehr, sehr gerne umarmt habe. Hast du ihn umarmt? Ja, natürlich. Wie groß ist er? Genauso groß wie ich. Ernsthaft? Er ist 1,60 oder so. Also ungefähr 1,95. Das war genau der Grund dafür, dass ich auf seinem letzten Konzert ihn nicht gesehen habe. Ich bin winzig, er ist winzig, das war nichts. Krass. Aber, das war nichts. Aber wirklich, seine Picture Appearance ist ja wirklich eher, unfassbar. Ich denke ja wirklich, dass er Holzfäller ist, also aus den kanadischen Wäldern kommt und sehr groß und stattlich ist. Und dann kocht er das Holz. Ein albanischer Mann. Ein albanischer Mann. Naja, wenn er alban brüht, dann möchte ich nichts gesagt haben hier. Ey, jetzt die rote Fackel an. Wir schwenken den Doppelkopf-Adler. Action-Bronzen. Hört das Album Bluechips 7000. Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch. Mit Mauliensteiger. Zitate raten. Ah, Zitate raten. Ah, jetzt quatsche ich über den Jingle drüber. Du quatschst über den Jingle drüber. Immer. Was wolltest du denn sagen? Ach so, Zitate raten gab es vor uns. Das ist natürlich, wir haben die Idee nur geklaut. Als wenn ich mich heimlich mal einen Homegirls-Podcast gehört habe, haben wir jetzt gedacht, übernehmen wir doch. So, wie habt ihr denn das Zitat raten gespielt? Also was heißt das? Hip-Hop oder Helene? Und das ist Schlagerzitat oder Rapzitat. So, und das hat aber eins zu eins ein anderer Podcast in dieser Rap-Band. Ja, wir haben das gerade auch nicht neu erfunden. Nee, das hat ein anderer Podcast geklaut. Also die haben das genau so gespielt, wie ihr es gespielt habt. Ich glaube, wir haben es geklaut. Habt ihr es geklaut gehabt? Ja, welcher Podcast ist das denn? Ich kann es nicht sagen. Okay, aha. Irgendwie Bayerischer Rundfunk. Ich weiß nicht. Ah, okay. Der Podcast Bayerischer Rundfunk. Holrabi, irgendwas, irgendwas mit so Gewürzen und so. Ah, es kann schon sein, dass wir das davon geklaut haben. Ich weiß es nicht. Nee, glaube ich nicht. Nicht? Ach so, es war deine Idee. Stimmt ja. Ich habe damit gar nichts zu tun. Hey, Flair. Flair's Idee. Es war deine Idee. Deine Idee. Deine Idee. Es war meine Idee. Hauptsache alles, Jo. Na gut, lass uns spielen. Okay. Ihr habt wahrscheinlich keine Zitate mitgebracht. Nehme ich mal an. Wir wurden auch nicht aufgefordert. Das sind es nur meine. Steiger. Ich habe dich seit Wochen gesimst. Was sollen wir vorbereiten? Ja. Was sollen wir? Und ich habe heute Morgen geantwortet, weil ich mache immer nur alles auf Sicht. Du hast heute Morgen auch nur geantwortet, Mauli hat offene Tuberkulose. Das stimmt. Daraus hätte er hervorgehen können, dass du Zitate mitbringen sollst. Die eine wollte Haare, die andere wollte Lippen aufspritzen. Die andere wollte Fingernägel und ich war flüssig zu der Zeit. Mir ging es bombastisch. Also habe ich denen das bezahlt. Hat das gesagt? Donald Trump über seine Ex-Frauen? Schwester Eva über ihre Ex-Frauen? Oder Silla über seine Zahnarzt-Ex-Frau? Ich möchte lösen. Das war Schwester Eva. Du hast es ganz angeguckt? 40 Minuten? Mich hat lange nichts mehr so entertaint wie das letzte Schwester Eva Instagram-Selbstinterview. Wahnsinn. 40 Minuten High Energy auf jeden Fall. Silla und seine Zahnarzt-Frau sind nicht mehr zusammen? Nein. Was? Hast du nicht mitbekommen? Entschuldige mal bitte. Das Drama. Geistens lassen sich scheiden. Sillas lassen sich scheiden. Mr. und Mr. Silla lassen sich scheiden. Das finde ich hart. Ich dachte, die waren so voll das It-Paar. Ja, es war Love. Das ist scheiße. Aber kurz vor Aldo Album veröffentlicht. Deshalb ist der große Sex-Track mit echten Sex-Szenen nicht rausgekommen. Oh Gott. Ja. Nee, aber Schwester Eva interviewt 40 Minuten und es fängt High Energy an und es wird zwischendurch sogar noch mehr. Ich finde, sie ist so sehr sie selbst. Ich fand's krass. Ich finde Eva immer sehr authentisch. Ja, absolut. Ja. Wir haben uns gefickt. Der Junge ist einer der coolsten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Dann saßen wir da und haben gequatscht. Hat er es gesagt? Flair über Farid Bang? Glöckler über ein Treffen mit einem jungen Liebhaber in der Sendung Adam sucht Adam? Oder Guido Westerwelle Rest in Peace über sein Treffen mit Klaus Wobereit? Sag nochmal das Zitat bitte. Wir haben uns gefickt. Der Junge ist einer der coolsten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Dann saßen wir da und haben gequatscht. Ich glaube, gefickt würde nur Flair sagen, oder? Vielleicht. Ja, ich weiß nicht. Weiß nicht. Josi, du. Wer war es noch? Guido Westerwelle und... Glöckler über ein Treffen mit einem jungen Liebhaber in der Sendung Adam sucht Adam oder Guido Westerwelle Rest in Peace über sein Treffen mit Klaus Wobereit. Ja, sag mal du jetzt. Ich hab ja schon... Ich hab jetzt auch schon Flair gesehen. Sie hat ja schon eingeloggt. Ja, dann. Ja, und sie hat recht. 100 Punkte. Vielen Dank. Richtig. Schön. Aber hat mir gut gefallen. Was steht da hinten auf deinem Steezy Rap Figuren? Rap, äh, 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 Rapfugee. Das muss ja ausgetauscht werden. Ach so. Ja. Das war einfach nur ein Handtripp. Ich dachte, ich kann jetzt was auf der Notiz lesen, was mich weiterbringen würde. Nee, 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 ist ja ein anderes Blatt, weißt du, ist ja doppelseitig bedruckt und so. Hier wird Papier gespart. Schön. Das ist papierlos. Das ist paperless, paperless, äh... Office. Office, danke. Ey, was wollte ich sagen? So. Es ist besser, nicht zu rappen, als schlecht zu rappen. Hat er es gesagt. Markus Steiger. Halt. Auswahlmöglichkeit. Markus Steiger. Prinz Pi, in Klammer Philosoph. Oder Christian Lindner über den Zusammenhang von Rappen und Regieren. Christian Lindner, ganz klar. Es war der Christian Lindner, der Rap-Gemeinde. Es war Markus Steiger. Genau. Richtig. Danke. Du bist der FDP-Vorsitzende von der Rap-Gemeinde. Nee, ich bin die... Also Vorsitzende der Urbane sozusagen. Ich bin das GQ-Cover-Model der Rap-Gesellschaft. So wie Christian Lindner, das GQ-Cover-Model der... Und in diesem Moment wird dieses Zitat schon bei Boom FM auf der Startseite super arrangiert zu sehen sein, oder? Welches? Na, es ist besser, schlecht zu... Dein Zitat halt. Vielleicht zu rappen, als nicht zu rappen, als schlecht zu rappen. Also viel besser nicht zu regieren, als schlecht zu regieren. Ey. Genau, aber... Schrecklich. Hallo, FDP. Was geht ab mit euch? Ah, nee. Du möchtest... Du bist... Ey, wir haben nur noch fünf Minuten, Helene. Sorry. Du bist wirklich ein Vertreter von Wolfgang Schäuble's Theorie. Ey, ja klar, schlecht regieren ist scheiße, aber es muss regiert werden. Ich bin dafür, dass gar nicht regiert werden muss. Es muss hier nicht regiert werden. Komplette Anarchie. Nee, ja, selbst regieren. Stadtteil regieren. Naja, gut, das ist ja Anarchie. Ja, eben. Ja. Finde ich gut. Nur weil du Nein gesagt hast. Ja, ich weiß ja, wie meistens Anarchie verstanden wird. Ey, totales Chaos, alles getruttelt drüber hier, Doomsneid und alle knallen sich ab. Nein, natürlich. Anarchie in der Form, dass man sich selber regiert. Also in meinem idealistischen Weltbild sieht es auch anarchistisch aus. Aber ja, ich glaube, wenn man guckt, es gibt natürlich einige Stadtteile in Deutschland, die schon etwas anarchistisch angehaucht sind und da sieht man, dass es drunter und drüber geht. Und das ist leider so. Wo ist denn das? In Deutschland, in Leipzig haben wir einige Stadtteile, wo... Eisenbahnstraße. Diese Eisenbahnstraße, warum denken die das immer alle? Ja, oder was meinst du denn? Konnewitz. Also... Ist Konnewitz anarchistisch? Naja, also Konnewitz zu Silvester ist anarchistisch, ja. Ja, aber... Aber da kann ja auch die Regierung nichts dran ändern. Ne, das sag ich ja nicht. Ich sag ja nicht, dass die Regierung was daran ändern soll. Ich sag nur, dass in meinem... Also ich als unendlicher Romantiker möchte natürlich, dass Anarchie herrscht und dass es nichts Böses gibt und dass irgendwie Selbstjustiz fair vonstatten geht. Aber ich weiß, und das ist nun mal an unserem jetzigen Gesellschaftsbild in Deutschland zu sehen, dass es nicht möglich ist. Und das macht mich sehr traurig. Glaubst du wirklich? Es ist ja nicht ausprobiert. Ich glaube das. Aber wenn jetzt keine Regierungen zustande kommen, könnte man ja mal ans Werk gehen. Könnte man sagen, reicht ja auch, ist ja gut, hat ja lange genug regiert, jetzt mal Pause machen und so. Die Frage ist, was passiert jetzt mit der AfD? Das ist doch die Frage. Die wird Regierungspartner von der CDU. Die Frage ist, ob die AfD jetzt an Stimmen zugewinnt wegen diesem ganzen Heckmeck oder ob, weil Frauke Petry jetzt nicht mehr am Start ist, die sich denken, oh Gott, wir sind genauso schwach wie alle anderen. Du glaubst, es kommt zu Neuwahlen. Die ziehen doch jetzt die Minderheitsregierung durch oder sowas. Machen die doch. Die regieren doch jetzt einfach irgendwie. Kann schon sein. Wäre wahrscheinlich ein zu hoher wirtschaftlicher Aufwand, das alles nochmal zu machen. Ich habe neulich übrigens, das war sehr lustig, so ein Schaubilddiagramm gesehen. Ich studiere jetzt Politikwissenschaften. Ehrlich? Ja, habe ich jetzt angefangen. Sehr interessant. Gefällt mir. Ich sitze mit 19-Jährigen. Also, weißt du? Girls. Girls, genau deswegen. Die haben alle noch ihre Erdbeerwoche. Ist das nicht toll? Ist das schön, ist das schön. Und komme ich rein, rieche ich die Erdbeerwoche. Mh, was für ein Aroma. Lecker, lecker. So, da war eine Positionsbestimmung, so ein Schaubilddiagramm, wer ist populistisch und wer ist populistisch und wer ist rechts in dieser Gesellschaft. Und das Lustige war, AfD, CDU, gleich rechts, aber Populismuswert bei der AfD natürlich ganz oben, weil, und so habe ich mir das zusammengereimt, also wäre die AfD, die CDU, dann wäre sie natürlich nicht populistisch. Dann würde sie natürlich sagen, nein, wir sind ja in der Regierung, wir wollen da bleiben. Wäre die CDU, die AfD, wäre sie populistisch, dann würde sie sagen, nein, nein, die da oben, die müssen weg. Aber sie sind gleich rechts. Wahnsinn. Interessant. Du als Soziologin? Ne, ich bin keine Soziologin, ich bin Psychologe. Wirklich? Ich studiere Psychologie. Oh, da habe ich meiner Tochter neulich über kognitive Dissonanz gesprochen, die studiert nämlich auch Psychologie. Das ist schön. Ja, fand ich sehr gut und da habe ich mir gedacht, findet in jedem deutschen Rap-Video statt. Ja, kognitive Dissonanz ist genau das, was ich empfunden habe, als ich gestern dachte, ich feiere sexistische Rap-Texte, aber ich finde die Erdbeerwoche schlecht. Vielleicht sollten wir das nochmal erklären für die weniger akademisch ausgebildeten Handwerker und so eine Höhre. Sag mal, sag mal. Ja, kognitive Dissonanz ist, wenn man einen gewissen Erwartungswert an etwas anderes oder an sich selber hat und der nicht erfüllt wird und man dann einfach in so einen Missstand im Gehirn kommt. Das habe ich nicht verstanden, kannst du nochmal wiederholen, sodass ich es als Industriekleidere auch verstehe? Also. Also man findet was scheiße und arrangiert sich aber damit. Ne, das ist dann die Auflösung der Dissonanz. Also Dissonanz ist ja eigentlich, sagen wir mal, so eine Unstimmigkeit. Also Weg, Helal, ne, Ziel, Helal, Weg, Haram. Das ist eine kognitive Dissonanz, oder? Das Wortspiel ist eine kognitive Dissonanz, ja. Oder erzeugt eine kognitive Dissonanz, so könnte man das sagen, ja. Aber weißt du, also ja, es ist halt einfach nur, wenn irgendwas passiert, womit du nicht richtig klarkommst, das ist eine Unstimmigkeit in deinem Gehirn und das ist einfach nur auf schlau gesagt kognitive Dissonanz. Ich will nochmal ganz kurz betonen, dass du dieses Wort hier in das Spiel gemacht hast. Ja, ich habe mich ja auch darüber unterhalten. Kann ich, machen wir auch auf Baustellen übrigens. Ja, wir haben auch einen ganz esoterischen Flavor in den letzten Tagen reingebracht. Der eine hat so eine Familienausstellung hinter sich gehabt, das hat er dann so allen anderen Bauarbeitern dort auch erzählt. Das war so ein ganz sensitiver, schöner Vibe auf dieser Baustelle. Also Edelsteine dabei auch. Ne, Edelstahl. Der Schornstein, an dem wir hingen, war so Edelstahl. Mhm. Gut, Schade hast du mitgebracht. Shade, das hat Josi mitgebracht. Ach wirklich, Shade? Shade, ja. Ach, das ist gar nicht Shade. Ich dachte jetzt, wir hören diese unheimlich langweilige Souls-Sängerin aus den 80er Jahren. Der ist Sade. Ne, die heißt Shade. Ich glaube auch, Shade. Die heißt Shade. Also es wird Shade ausgesprochen. S-A-D-E, meinst du die? Mhm. Okay, ich dachte immer, die wird aus Sade ausgesprochen. Kein, kein Ding. Hey, wie viele Sachen ich schon hier falsch ausgesprochen habe. Ist das nicht geil, dass eigentlich was, was er falsch gesagt hat, zu meinem Problem geworden ist? Ja, so machen wir das immer. Wir schieben die Probleme einfach hin und her. Wie man sich unbeliebt macht, 101. Kürzen wir das ab. Das ist von IMDDB, eine junge Künstlerin, die ich sehr spannend finde aus dem UK. Bisschen jazzy, bisschen soulig. Ja, einfach guter Track, oder? Fühlst du auch? Ja. Fühl ich. Geil. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Es geht irgendwie die Chancers an. Träumen weiter. Das Traumtagebuch. Ja, an dieser Stelle muss ich mal sagen, also wir schmeißen diese Woche alle Rubriken raus. Mein Kumpel Mauli ist auch nicht da. Der wäre diese Woche auch mit dem Träumen dran gewesen. Ich habe nur komisches Zeug geträumt, zum Beispiel, dass ich meinen alten Lieblingsfeind Nick Greger, einen ehemaligen Nazi, der dann zum Islamhasser und Kreuzritter wurde, den ich auch mal interviewt habe, im Traum getroffen habe, da hat er einen Bart getragen und ist jetzt Islamist geworden. Heilige. Total irre. Habe ich aber neulich auch gehört, dass er diese Konvertierung auch anscheinend hingekriegt hat. Also was die Leute mit ihrer kognitiven Dissonanz dann so hinkriegen, ist ja Wahnsinn. Ja. Ja, aber vom Kreuzritter, also vom, warte mal, vom Nazi, dann ist er nach Afrika gegangen, hat eine schwarze Frau geheiratet, dann hat er die große Story verkauft, dass Liebe kennt keine, love doesn't know colors. Ja, deshalb ist er dann plötzlich mit einer schwarzen Frau zusammen gewesen, dann ist er Kreuzritter geworden und hat gegen den Islam gekämpft und jetzt ist er anscheinend, habe ich neueste Gerüchte gehört, Islamist geworden. Wahnsinn. Wahnsinnige Story. Wahnsinniger Typ auch. Wahnsinn. Total verrückt. Davon träumst du? Und dann habe ich geträumt, ich treffte in dem Traum und das war ein sehr anstrengender Traum, ich musste irgendwas fertig kriegen und ich musste irgendwie, dann habe ich noch irgendeinen Typ getroffen, der gesagt hat, zwölf Uhr, me en point, also französisch mit mir gesprochen und ich weiß, um zwölf Uhr war die Abfahrt und ich hatte ganz viel schmutzige Wäsche, die ich dann noch aussortieren musste. Aus der Fleischerei. Nee, nicht aus der Fleischerei, sondern von meinem Sohn und irgendwie musste ich dann noch packen und diese Wäsche und die ist nicht fertig geworden und irgendwann mal klingelt der Wecker und ich weiß, okay, es ist zwölf Uhr, ah poin, wir müssen jetzt los und dann war ich froh, ey, ist doch nur ein Traum gewesen. Ich habe es noch geschafft. Kannst du luzid träumen? Habe ich mal probiert, finde ich total doof. Echt? Warum? Weil ich finde, träumen ist ja so das Tor zur Unterwelt und wenn man luzid träumt, dann ist ja schon wieder das Bewusstsein mit drin und dann steuert man das so und dann habe ich das aufgehört. Aber hast du nicht Träume, aus denen du raus willst? Oder die du ändern willst? Nee, ich finde es sehr spannend. Was passiert da? Warum fühlt man sich so unwohl? Warum ist man so unter Druck? Warum sehe ich diesen Nick Reger jetzt mit Bart und so? Aber das denkst du dir in dem Moment, wenn du dich so richtig unwohl fühlst? Nee, aber ich habe nicht das Bedürfnis, da rauszugehen, sondern eher durch die Situation durchzuwandern. Ich finde ja, das Innere eines Menschen ist ja doch das letzte Abenteuer, das man erleben kann heutzutage. Stimmt wohl. Deshalb Ayahuasca. Aber egal. Bitte nicht. Aber das können wir, wir machen alle zu viert. Ja, total. Am Mauri, wenn er wieder da ist, dann kotzt er erst richtig Blut. Kann man auch in Berlin machen, habe ich gehört. Mit Ur-Schamanen, genau, die das auch hier zelebrieren für sehr viel Geld. Okay, gut, habe ich nicht. Okay, dann ist das jetzt auch hinfällig. Ich finde es richtig gut, dass du Traumtagebuch führst. Das ist ganz schlau. Achso, du könntest es ja auch so gar analysieren. Nee, ich bin, nee. Also Traumanalyse ist nicht mehr wirklich was, was Psychologen machen. Okay, das ist gut. Wie siehst du denn Sigmund Freud? Der könnte das. Der könnte das. Der hätte das auch. Mein alter Kollege. Der alte Kokainist. Was hast du denn noch aufgeschrieben vom Weltgeschehen? Ihr habt doch auch immer aktuelle Themen. Wir reden die ganze Zeit so über alles Mögliche. Aber gibt es irgendwas Aktuelles, worüber wir noch sprechen müssen? Außer Christian Bern. Ich habe nur gelesen hier, wie bei Justin Bieber, K1 sorgt für Massenauflauf im Einkaufszentrum. Und da habe ich mich daran erinnert. Eines der ersten Einkaufszentren-Shows von Charplife mit K1 habe ich veranstaltet, weil K1 ja damals bei Rollbunker. Aber ey, egal. Auf jeden Fall haben wir einen In-Store-Gig in Ravensburg im Einkaufszentrum veranstaltet. Und Charplife wollte nicht rappen, weil ihnen das ein bisschen peinlich war, ihre Texte. Und dann, ey, das sind ja Familien, das sind ja Frauen. Ey, das können wir nicht machen. Alle kennen uns. Der einzige, der damals wirklich gerappt hat, das war Friedrich Kautz, in Klammerphilosoph, aka Prinz P. Der hat durchgezogen. Der hat das immer gemacht. Aber auch die anderen von der Beat-Fabrik sind dann so ein bisschen hinter den CDs verschwunden. Einkaufszentrum-Rap ist schon geil. Naja, Insta-Gigs. Das ist eigentlich gut, ne? So Rubriken haben wir nämlich in unserer Show gar nicht. Ja. Das brauchen wir noch. Also wir sind schon seit anderthalb Jahren am Suchen nach Rubriken. Wenn ihr wollt, schreibt uns gerne auf Instagram oder Facebook oder wo auch immer, was ihr euch für Rubriken in Deine Homegirls wünschen würdet. Wie findet man euch? Deine Homegirls? Genau, deine Homegirls. Bei Instagram auch? Genau. Okay. Und auch bei Facebook. Und uns gibt es auch einzeln. Aber eigentlich nicht. Also kann man Rubriken finden. Habt ihr euch überlegt mal, was sehr, sehr naheliegend ist und bei zwei Frauen immer zieht Sex, Sextalk? Nö. Haben wir tatsächlich noch nie drüber geredet. Also im Privaten vielleicht, aber nie. Wir haben noch nicht mal drüber geredet, ob wir drüber reden sollen. Rubrik? Also mein Rubrikvorschlag? Kartoffeln und Sex. Danke. Ich würde eher sagen, wir lesen uns gegenseitig Rap-Updates-Lines vor. Wie wär's damit? Darüber reden wir. Ist, ehrlich gesagt, auf Dauer ein bisschen verliert seinen Reiz, muss man sagen. Dann machen wir das einmal. Jedes Jahr, jedes Mal Homegirls eine neue Rubrik. Das ist gut. Nee, ansonsten hab ich nicht viel. Ich mein, was passiert so in dieser Welt? Naja, Bundesrepublik liefert halt wieder an Saudi-Arabien Waffen. Das interessiert keine Sau. Mich interessiert das. Ist doch wurscht hier. Oder so Jemen-Konfliktpartei. Ey, du, der Rubel rollt. Ey, Vollbeschäftigung ist auch ein Wert an sich. Ja, Arbeit. Dass Leute was zu arbeiten haben, was zu essen haben. Ey, Deutschland geht's gut. Wir brauchen keine Regierung. Bestimmt. Wozu Regierung? Ist auch... Achso, ich wollte nochmal sagen, ich empfehle jedem den Film Kongo-Tribunal. Das wird dir auch sehr gut gefallen. Ja, bestimmt. Nee, wirklich? Das ist mein Ernst. Ja, aber seine Antwort sah einfach so ironisch aus, auch wenn es die nicht war. Nein, es war nicht ironisch. Ja? Ja, ein ewig langer Bürgerkrieg, der im Kongo herrscht, wird mithilfe eines zur Schau gestellten Tribunals oder einem fiktiven Tribunal gezeigt. Sehr, 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 sehr guter Film. Empfehle ich von Herzen. Es geht auch darum, woher kommt der Konflikt. Ganz genau. Wer alles noch mit dran verdient und warum. Ja. Das ist immer sehr aufschlussreich, aber tut auch ein bisschen weh in den Europäern. Die sind immer so peinlich berührt. Was? Wir haben damit wirklich was zu tun. Oh mein Gott, was? Mein iPhone? Mein iPhone? Das war scheiße. Ach, deshalb sind die alle hier? Naja. Ja, aber ich meine, das Ding ist ja, das ist zum Beispiel wieder eine Dissonanz, die in uns erzeugt wird. Wir wollen unsere iPhones. Ich meine, ich habe selber ein iPhone und ich bin total der Menschenrechtsverfechter, aber ich kaufe mir trotzdem dieses Scheißdrecksteil, obwohl ich weiß, dass da Blut von Kindern dran klebt. Was bin ich für ein Hypokrit? Hypokrit? Hypokrit. Wie sagt man das auf Deutsch? Hypokrat? Hypokrat? Ha? Hypokrat? Heuchler. Ein Heuchler. Ein Heuchler. Ich bin ein Heuchler. Ja, das stimmt, aber es liegt ja auch nicht in deiner Hand, wie die Dinge produziert werden, sondern es sind immer noch die Firmen, die daran verdienen. Ja gut, aber ich könnte ja meinen Konsum, könnte ich ja daran anpassen, was ich als korrekt empfinde. Ja, aber du hast in dieser Gesellschaft wenig Möglichkeiten Sachen zu konsumieren, die wirklich korrekt hergestellt sind. Und wenn du sie konsumierst, dann kommt irgendwann mal so der Skandal auf doch Dioxin in Bioeiern und dann bist du wieder verarscht, dann weißt du ja auch nicht, was du tun sollst. Also es liegt nicht unbedingt in deiner Hand. Und insofern lieber streiken, lieber die Fabriken lahmlegen, lieber die Leute enteignen und dann demokratisch darüber befinden, wie die Sachen hergestellt werden. Nur so. Ey, just by two cents. Gut, ey, nächster, ah, genau, weil wir die Rubriken gestrichen haben, kommt jetzt ein lustiges Snippet, das ich entdeckt habe von so einem Nachwuchsrapper, der sich über alle möglichen Rap-Styles des Jahres 2000 besiegt. Ey, Mauli, herzlichen Glückwunsch, muss man jetzt nochmal sagen. Herzlichen Glückwunsch von deinem Homegirls. Helene. Genau, von deinen Homegirls und auch von deinem Co-Moderator. Sehr, sehr lustig, ich habe sehr gelacht. Das ist ja mal ein Kompliment. Ey, deine neue Mucke, Hammer. Oh Gott, ich fasse gerade in einen Kaugummi, der hier unter dem Tisch ist. Geil. Deine neue Mucke bringt mich sehr zum Lachen. Das ist aber mal ein nettes Kompliment von einem Co-Moderator, Steiger. Ja, natürlich. Darauf ist es ja angelegt, oder? Weil ich ja auch weiß, dass das offizielle Snippet jetzt nicht unbedingt das offizielle Snippet seiner Neuesten, das ist einfach mal so aus der Hüfte geschossen, aber sehr, sehr gut. Mauli, besser, besser Mann auf dem Platz. Sehr schön. Auf dem Rap-Spielfeld 2017. Wundersame Rap-Woche. Jetzt kommt das mit dem Krieg, drum und dann das mit den Frauen. Mit Mauli und Steiger. Jetzt sind wir wieder auf Sendung und es ist die letzte Moderation in dieser Sendung. Oh no. Gott sei Dank. Es war mir ein solches Vergnügen, euch zu Gast zu haben. Wir können den nächsten und letzten Song auch gar nicht mehr ausspielen. Morten, Jesse Presley, ich würde ihn an dieser Stelle kurz anmoderieren. Euch kann man jeden Donnerstag, nee, Freitag. Jeden Freitag 16 Uhr bei Boom.fm hören und ansonsten die alten Sendungen auf Boom.fm. Auch auf Boom.fm. Ja, und auch auf Mixcloud. Auf Mixcloud. Ja, aber folgt uns einfach auf Facebook oder Instagram und dann geben wir euch all diese Informationen. Ich habe sogar schon dieses Habitat entwickelt, dass ich den Leuten einfach die Links schicke, wenn die mir Nachrichten schreiben. Also wir dürfen alle Leute Nachrichten schreiben und ich schicke denen einfach Links von Homegirls. Deine Homegirls. Ja. So finden wir euch. Richtig. Vielen Dank für die Einladung. Wir würden uns natürlich gerne revanchieren und euch irgendwie mal zurück einladen. Selbstverständlich, wir kommen gerne. Und zwar mit Mauli dann. Ja, selbstverständlich. Wenn er von seiner offenen Lungenentzündung genesen ist. War schlapp. Echt, wirklich. Komm nicht darüber hinweg, dass er... 42 Fieber und dann sitzt er nicht hier, dieser... Dann ist er nicht da, ey. Peinlich. Ja. Hey, nächste Woche... Gute Besserung. Höre ich dich, mein Bruder, ey. Ganz ernsthaft an dieser Stelle. Hey, Bro. Herzliche Grüße gehen raus an dich, Bruder. Werd bald wieder gesund. Und nächste Woche sind wir wieder vereint. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Wirklich, es war mir ein großes Vergnügen. Es war ein tolles Gespräch auch. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Hat uns auch gefreut. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss, bis dann.